Der Virgo-Haufen liegt im Zentrum des Virgo-Superhaufens, der auch als lokaler Superhaufen bezeichnet wird. Dieser Name stellt sicher, dass der Superhaufen nicht mit dem Virgo-Haufen verwechselt wird. Zum Virgo-Superhaufen gehört auch die lokale Gruppe, in der unsere eigene Milchstraße und die Andromeda-Galaxie zu Hause sind. Der Virgo-Superhaufen hat einen Durchmesser von 200 Millionen Lichtjahren. Verglichen mit dem Durchmesser des Virgo-Superhaufens von 15 Millionen Lichtjahren ist das eine ganze Menge. Das bedeutet, dass wir 200 Millionen Jahre brauchen würden, um ihn mit Lichtgeschwindigkeit von oben nach unten zu durchqueren. In der Tat enthält er etwa 10.000 Galaxien, die sich auf etwa 100 Haufen verteilen, von denen der Virgo-Haufen einer der größten ist. Der Virgo-Haufen befindet sich in der Nähe des Zentrums des lokalen Superhaufens, aber die lokale Gruppe liegt nah am Rande. Sie wird jedoch vom Virgo-Haufen angezogen und bewegt sich daher näher an das Zentrum des Superhaufens heran. Der Virgo-Superhaufen besteht aus einer Scheibe und einem Halo. Die Scheibe enthält 60 Prozent der leuchtenden Galaxien des Superhaufens, während der Halo 40 Prozent der übrigen Elemente enthält, vor allem langgestreckte Objekte. Tatsächlich wissen die Astronomen nicht viel über seine Entstehungsgeschichte. Und doch ist der Virgo-Haufen die uns am nächsten gelegene Galaxiengruppe und damit die am besten beobachtete. Die erste Hypothese der Astronomen ist, dass die Galaxien in diesem Haufen durch einen langsamen Akkretionsprozess entstanden sind, der vor sieben Milliarden Jahren begann. Unter Akkretion versteht man die Entstehung und das Wachstum eines Objekts durch die Anlagerung und Anhäufung von Materie an seiner Oberfläche oder seinem Rand. Den Simulationen zufolge könnte die dunkle Materie während des Entstehungsprozesses stark mit den Galaxien interagiert haben. Dies ist sogar ein Hinweis auf ihre Existenz. Andererseits, wenn es sie nicht gäbe, müssten wir auch dieses Modell revidieren. Auf jeden Fall führte diese Wechselwirkung dazu, dass die Galaxien eine bestimmte Flugbahn einschlugen und sich in den Filamenten konzentrierten. Die Filamente bewegen sich dann in Richtung der Gas-Halos des Virgo-Haufens. Simulationen haben auch gezeigt, dass die Fusionsrate des Virgo-Haufens in den sieben Milliarden Jahren der Entstehung seiner Galaxien im Vergleich zu anderen Haufen dieser Masse eher ruhig war. Eine relativ aktuelle Studie, die 2017 von M. Olchansky und J.G. Source veröffentlicht wurde, zeigt, dass es im Halo des Virgo-Haufens in den letzten vier Milliarden Jahren nur eine einzige Fusion gegeben hat. Der Haupthalo hingegen ist vermutlich erst vor kurzem entstanden und hat sich innerhalb der letzten Milliarden Jahre zusammengeschlossen. Der Virgo-Galaxienhaufen hätte also eine recht ruhige Geschichte, die sich aus recht unterschiedlichen Galaxiengruppen zusammensetzt. Und wenn er eine Periode massiver Verschmelzung erlebt hat, dann war das in den frühen Jahren seines Lebens, nicht in jüngerer Zeit. Es ist also nicht viel mehr über das Entstehungsmodell des Virgo-Haufens bekannt, aber die Wissenschaftler untersuchen ihn weiter, um die Geheimnisse der Galaxienentwicklung innerhalb von Haufen zu entschlüsseln. Heute werden zahlreiche numerische Simulationen durchgeführt und getestet, Modelle geeicht und Theorien verifiziert oder entkräftet. Wir nutzen unsere Beobachtungen und unser Wissen über den Virgo-Haufen auch, um Simulationen des lokalen Universums in größerem Maßstab zu erstellen. Wie sieht der Virgo-Haufen heute aus? Wie wir zu Beginn unserer Reise gesehen haben, ist der Virgo-Haufen ein Aggregat aus mindestens drei verschiedenen Unterhaufen. M87, M86 und M49. Alle drei sind riesige elliptische Galaxien. Einige Forscher fügen dieser Struktur einen vierten Unterhaufen hinzu, dessen Zentrum die elliptische Galaxie M60 ist, sowie eine Untergruppe interstellarer Staubwolken, deren Zentrum die Spiralgalaxie NGC 4216 ist. Zur Erinnerung, Interstellarer Staub ist die Hauptkomponente des kosmischen Staubs im Weltraum. Er füllt das interstellare Medium, das heißt die Materie, die den Raum zwischen den Sternen einnimmt. M87 oder Virgo-A ist der dominierende Subhaufen mit einer Masse, die doppelt so groß ist wie die unserer eigenen Milchstraßengalaxie. Er enthält Spiralgalaxien, elliptische Galaxien, linsenförmige Galaxien und so weiter. Die beiden anderen Unterhaufen sind weniger massiv. Die drei Unterhaufen scheinen jedoch zu einem einzigen, größeren Haufen zu verschmelzen. Um die drei Unterhaufen herum befinden sich kleinere Galaxienwolken, die hauptsächlich aus Spiralgalaxien bestehen. Diese Galaxienwolken nähern sich dem Zentrum des Virgo-Haufens. Es gibt auch andere, isoliertere Galaxien und Galaxiengruppen, die von der Schwerkraft des Haufens angezogen werden und in der Zukunft mit ihm verschmelzen werden. Diese Struktur lässt die Astronomen vermuten, dass es sich beim Virgo-Haufen um einen mehr oder weniger jungen Haufen handelt, der sich noch in der Entstehung befindet. Schauen wir uns die Umgebung des Virgo-Haufens genauer an. Erinnern wir uns zunächst daran, was das Intra-Cluster-Medium ist. Es handelt sich um das Plasma im Zentrum von Galaxien, das auf 10 bis 100 Millionen Grad Celsius erhitzt ist. Diese hohe Temperatur ist auf die Energie zurückzuführen, die bei der Bildung von Galaxienhaufen freigesetzt werden. Das Plasma im Intra-Cluster-Medium des Virgo-Haufens hat eine Temperatur von etwa 30 Millionen Grad Celsius und sendet Röntgenstrahlung aus. Hier findet man Sterne, die sich nicht in einer Galaxie befinden, etwa 10 Prozent der Sterne im Virgo-Haufen. Diese Sterne werden als intergalaktische Sterne bezeichnet. Es gibt auch isolierte planetarische Nebel, die möglicherweise durch Wechselwirkungen mit anderen Galaxien aus ihrer Heimatgalaxie vertrieben wurden. Das Intra-Haufen-Medium enthält auch Kugelsternhaufen, dichte Sternhaufen und mindestens ein Sternentstehungsgebiet. Tatsächlich wurden mehrere H2-Regionen identifiziert. Dabei handelt es sich um Regionen mit ionisiertem Wasserstoff, wobei die Ionisierung durch die Nähe eines oder mehrerer sehr heißer Sterne verursacht wird. Diese Regionen sind ein Zeichen für aktive Sternentstehung. Wenn wir uns dem Zentrum des Virgo-Haufens nähern, nimmt die Zahl der sternbildenden Galaxien ab und wir finden stattdessen Galaxien in der Aussterbephase. Das Medium innerhalb des Haufens ist reich an Eisen, das von den Galaxien des Haufens ausgestoßen worden sein könnte. Die Gase innerhalb des Haufens könnten mit Quasaren, den leuchtkräftigsten Objekten im Universum, wechselwirken. Quasar bedeutet Quelle quasi-stellarer Strahlung. Es handelt sich dabei um supermassereiche schwarze Löcher im Zentrum einer extrem leuchtenden Region. Im Virgo-Haufen kannst du sehen, dass die Galaxien in Fäden gruppiert sind. Warum diese seltsame Form? Wie wir heute wissen, haben Galaxien unterschiedliche Morphologien, Gasgehalte und Sternentstehungsraten, je nach der Umgebung, in der sie sich befinden. Der Virgo-Haufen ist eine dichte Umgebung, was dazu führt, dass sich die Galaxien in Filamenten sammeln, bevor sie in das Zentrum des Haufens fallen. Das 30-Meter-Teleskop von IRAM hat über 245 Galaxien in diesen Filamenten beobachtet. Das Teleskop wird von Europas führendem Zentrum für Millimeterwellen-Radioastronomie betrieben. Es befindet sich in über 2800 Metern Höhe auf dem Pico Veleta in der spanischen Sierra Nevada. Es ist das empfindlichste Einzelantennenteleskop der Welt. Seine Präzision hat es den Astronomen ermöglicht, zahlreiche Galaxien sowie das supermassive schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zu entdecken und zu beobachten. Mit dem Teleskop konnten wir auch entdecken, dass sich kosmische Filamente über eine Länge von rund 97,8 Millionen Lichtjahren erstrecken. Diese besondere Filamentstruktur ist eine der Hauptantriebskräfte für die Umwandlung von Galaxien. Sehen wir uns nun die Zusammensetzung des Virgo-Haufens an. Dieser Galaxienhaufen ist recht komplex. Seine Galaxienpopulation ist recht jung, weist zahlreiche Substrukturen auf und wird von Zwerggalaxien des frühen Typs dominiert. Die Galaxien des Virgo-Galaxienhaufens unterscheiden sich vom Galaxien des frühen Typs und weisen eher Merkmale von Galaxien des späten Typs auf. Der Galaxienhaufen wächst aktiv und seine Beobachtung könnte Wissenschaftlern helfen, die Geschichte der Galaxien und ihre Ansammlungenhaufen besser zu verstehen. In der Tat hat die Untersuchung des Virgo-Galaxienhaufens den Astronomen einige Anhaltspunkte dafür geliefert, wie Galaxien entstehen und wie ihre Umgebung ihre Entwicklung beeinflusst. Laut einer von Christoph Engler geleiteten Studie sind Gruppen von Galaxien vor dem Gravitationszentrum des Virgo-Haufens vorbeigezogen und haben dabei die Eigenschaften der Galaxien stark verändert. Die Galaxien sind in einem Abstand von 3,75 Millionen Lichtjahren am Zentrum vorbeigezogen, was aus Sicht des Universums relativ nahe ist und die Eigenschaften der Galaxien stark beeinflusst hat. Auf die verschiedenen Arten von Galaxien, die im Virgo-Haufen zu finden sind, werden wir später auf dieser Reise zurückkommen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die chemische Zusammensetzung dieses nahen Galaxienhaufens? Mehrere Forscherteams haben die Zusammensetzung der schweren Elemente im Virgo-Haufen untersucht. Laut einer Studie von SW Allen und Kollegen aus dem Jahr 2015 ist der Virgo-Haufen reich an Elementen wie Magnesium, Silizium und Schwefel. Es wird angenommen, dass Supernovas Galaxienhaufen mit Metallen angereichert haben, insbesondere während des Höhepunkts der Sternentstehungsaktivität. Alle Elemente, die schwerer als Wasserstoff sind, wurden also durch Supernova-Explosionen erzeugt. Zur Erinnerung, eine Supernova ist die kataklysmische Explosion eines Sterns. Einen Moment lang kann sie heller leuchten als eine ganze Galaxie mit 100 Milliarden Sternen. Supernovas sind faszinierende Phänomene. Es gibt zwei Arten von Supernovas. Typ 1a oder thermonukleare Supernovas und Typ 2 oder Kernkollaps-Supernovas. Eine Kernkollaps-Supernova wird durch die Explosion eines massereichen Sterns, acht Sonnenmassen oder mehr, verursacht. Diese Explosion ist heller als alle Sterne in unserer Galaxie zusammen. Die Supernova und ihre Trümmer setzen enorme Mengen an Energie in Form von Sternwinden frei. Dabei entstehen hauptsächlich Leichtmetalle wie Sauerstoff, Silikat, Schwefel. Supernovas vom Typ 1a sind anders. Es bleiben keine Trümmer zurück, da alle produzierten Elemente das interstellare Medium anreichern. Diese Supernovas setzen eher schwere Elemente wie Eisen und Nickel frei. Die in einem Sternhaufen vorhandenen Elemente hängen also weitgehend von der Anzahl und der Art der Supernovas ab, die dort stattgefunden haben. Im Fall des Virgo-Haufens haben Supernovas vom Typ 2 die Umgebung stark mit schweren Elementen angereichert. Nachdem du nun die Entstehung des Virgo-Haufens, seine Struktur und Zusammensetzung verstanden hast, wollen wir uns die Galaxien, aus denen dieser Haufen besteht, genauer ansehen. Während 70% der hellen Galaxien im Virgo-Haufen Spiralgalaxien sind, handelt es sich bei den größten Galaxien des Haufens um elliptische Galaxien, was die amerikanische Bottom-up-Theorie bestätigt. Nach dieser Theorie waren die alten Galaxien ursprünglich Spiralgalaxien, die sich aber im Laufe der Zeit in riesige elliptische Galaxien verwandelten. Das Zentrum des Virgo-Haufens wird von der elliptischen Riesengalaxie M87 oder NGC 4486 eingenommen. Um dir eine Vorstellung von ihrer Größe zu geben, solltest du wissen, dass M87 in ihrem Zentrum ein schwarzes Loch mit einer Masse beherbergt, die mehrere Millionen Mal so groß ist wie die der Sonne. Obwohl der auf M87 zentrierte Unterhaufen dominiert, kannst du erkennen, dass der Virgo-Haufen aus drei Unterhaufen besteht, wobei die beiden anderen um M86 und M49 zentriert sind. Zum Virgo-Haufen gehört eine weitere helle elliptische Galaxie namens M84 oder NGC 4374. Du kannst sehen, dass sich die drei Unterhaufen dem Zentrum des Haufens nähern. Sie sind von anderen isolierten Galaxien und Galaxiengruppen umgeben, die aufgrund ihrer Schwerkraft ebenfalls mit dem Zentrum des Haufens verschmelzen werden. Bevor wir uns mit den elliptischen Riesengalaxien des Virgo-Haufens beschäftigen, wollen wir einen Blick auf die verschiedenen Arten von Galaxien werfen, aus denen der Virgo-Haufen besteht. Der Virgo-Haufen hat einen hohen Anteil an balkigen Spiral-Galaxien. Dieser Anteil ist viel höher als in anderen Haufen, obwohl die Astronomen nicht wirklich erklären können, warum. Der Virgo-Haufen weist auch eine große Anzahl elliptischer Galaxien auf. Wie wir bei der amerikanischen Bottom-up-Theorie gesehen haben, gelten elliptische Galaxien als das letzte Stadium der Galaxienentwicklung. Es wird angenommen, dass elliptische Galaxien durch Kollisionen und Wechselwirkungen zwischen mehreren Galaxien entstehen, die in Galaxienhaufen wie Virgo häufig vorkommen. Elliptische Zwerggalaxien sind neben den spheroidischen Zwerggalaxien der häufigste Galaxientyp im Universum. Sie sind oft Satelliten von Riesengalaxien oder in Galaxienhaufen zu finden. Der Virgo-Galaxienhaufen beherbergt auch Galaxien mit geringerer Oberflächenhelligkeit, Low Surface Brightness Galaxies, LSBs. Dabei handelt es sich um diffuse Galaxien mit einer Oberflächenhelligkeit, die für einen irdischen Beobachter weniger als eine Magnitude unter der des umgebenden Nachthimmels liegt. Die meisten Galaxien mit geringer Oberflächenhelligkeit sind Zwerggalaxien. Aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer geringen Helligkeit blieben sie in der frühen Galaxienforschung praktisch unbemerkt. Heute geht man jedoch davon aus, dass sie eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung von Galaxien spielen könnten. Im Virgo-Haufen sind rote LSBs in größerer Zahl zu finden. Astronomen sind von diesen LSBs fasziniert, weil sie nicht mit dem übereinstimmen, was Modelle vorhersagen würden. Tatsächlich ist ihre rote Farbe mit einer unterbrochenen Sternentstehungsgeschichte verbunden, die nicht linear und gleichmäßig verläuft, wie es die Modelle vorhersagen. Es sind die Sterne, die die Farbe der Galaxien beeinflussen und im Falle dieser roten Galaxien wurde die Farbe durch kleine Ausbrüche in der Sternbildung verursacht. Bedeutet dies also, dass die Sternentstehung durch lokale Störungen und Dichtewellen beeinflusst wird? Eine neue Idee, die für Wissenschaftler von großem Interesse ist. Im Zentrum des Sternhaufens gibt es mehr ultradiffuse UDG-Galaxien als diffuse Galaxien. Das sind Galaxien mit der Größe von Riesengalaxien, aber der Leuchtkraft von Zwerggalaxien. Wir haben gesehen, dass der Virgo-Haufen, Spiralgalaxien, elliptische Zwerg- und Riesengalaxien, Galaxien mit geringer Oberflächenhelligkeit und ultradiffuse Galaxien umfasst. Das sind eine Menge Galaxien und doch haben wir unsere Tour durch die Galaxientypen im Virgo-Haufen noch nicht einmal annähernd abgeschlossen. Im Jahr 2010 enthüllte eine Studie von D. Karachentsev und O. Nasonova die Existenz blau verschobener Galaxien im Virgo-Haufen, das heißt Galaxien, die sich der Milchstraße nähern. Eine verblüffende Entdeckung. Der Virgo-Haufen hat eine so hohe Masse, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich eine Gruppe von Galaxien von ihm weg bewegt. Es wäre aber möglich, wenn die Galaxiengruppe das Zentrum des Virgo-Haufens umkreist. Diese Galaxien würden sich also nicht auf uns zu bewegen, sondern lediglich ihre Umlaufbahn um das Zentrum des Sternhaufens fortsetzen. Im Jahr 2012 entdeckten Wissenschaftler dank des Hubble-Teleskops die Galaxie M60 UCD1, die als erste ultrakompakte Zwerggalaxie beobachtet wurde. Sie hat einen Durchmesser von nur 150 Lichtjahren, was dir vielleicht viel erscheinen mag, aber im Vergleich zum Durchmesser der Milchstraße von 100.000 Lichtjahren ist das nicht viel. Dennoch ist sie 200 Millionen Mal so schwer wie die Sonne und 15.000 Mal dichter als die galaktische Region, in der wir uns befinden. Seine Sterne sind 25 Mal näher beieinander als die der Sonne zu ihren Nachbarn. Die im 20. Jahrhundert entdeckte, ultrakompakte Zwerggalaxie wurde anfangs kaum als Galaxie betrachtet. Sie wurde eher als Sternhaufen bezeichnet. Man entdeckte jedoch, dass M60 UCD1 in ihrem Zentrum eine starke Röntgenquelle besitzt, die entweder von einem riesigen schwarzen Loch, wie es in den Kernen der meisten Galaxien zu finden ist, oder von einem Röntgen-Doppelgänger, einer Paarung aus einem Neutronenstern und einem normalen Stern, stammen könnte. Unnötig zu sagen, dass die erste Hypothese die wahrscheinlichste war. M60 UCD1 wäre demnach eine gewöhnliche Galaxie gewesen, die unter den Gravitationseinfluss einer benachbarten Galaxie geriet und nach und nach ihre Sterne verlor, bis nur noch ihr ultradichter Kern mit dem schwarzen Loch übrig blieb. Dieses Phänomen muss sich vor Milliarden von Jahren ereignet haben, da die Astronomen derzeit keine Spuren davon finden können. Wenn M60 UCD1 tatsächlich ein schwarzes Loch hat und eine Galaxie ist, dann hält sie den Rekord für die dichteste Galaxie, die je beobachtet wurde. Eine weitere Entdeckung wurde 2015 bei den Galaxien des Virgo-Haufens gemacht. Die Astrophysikerin Lauri Riguccini und ihr Team veröffentlichten eine Arbeit über linsenförmige Galaxien im Virgo-Haufen. Lentikulare Galaxien sind Scheibengalaxien ohne ausgeprägte Spiralarme und stellen wahrscheinlich das Übergangsstadium zwischen elliptischen und spiralförmigen Galaxien dar. Sie enthalten oft große Mengen an Staub, aber nur wenig Sternbildung. Schließlich enthält der Virgo-Haufen eine große Anzahl von isolierten Galaxien. Diese Galaxien des frühen Typs, oft elliptisch oder linsenförmig, befinden sich an der Peripherie des Haufens. Die elliptischen Galaxien ähneln denen im Herzen des Haufens, aber Beobachtungen des Weltraumteleskops Chantra haben gezeigt, dass die isolierten elliptischen Galaxien möglicherweise die Überreste einer Gruppe von Galaxien sind, die verschmolzen sind. Was die isolierten linsenförmigen Galaxien betrifft, so scheinen sie von woanders herzukommen. Der Prozess, der höchstwahrscheinlich für die Bildung dieser sehr isolierten linsenförmigen Galaxien verantwortlich ist, findet nur in reichen Gruppen und Haufen statt, so dass sie sicherlich aus einer Region stammen, die reich an Gas- und massereichen Galaxien ist. Wir können uns jedoch nicht sicher sein und diese sehr isolierten Galaxien an der Peripherie des Virgo-Haufens sind für Astronomen immer noch ein Rätsel. Gehen wir der Sache auf den Grund und entdecken wir die Hauptgalaxien des Virgo-Haufens. Wir haben unser Ziel erreicht, etwa 50 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Schau dir das Zentrum des Virgo-Haufens genau an. Du kannst drei riesige elliptische Galaxien erkennen, die etwas größer sind als unsere eigene Galaxie. Es handelt sich um M87, M86 und M84. Du kannst auch M49 sehen, die hellste Galaxie im Virgo-Haufen, aber weit vom Zentrum entfernt. Wir beginnen unsere Reise zu den Galaxien des Virgo-Haufens mit der Erkundung der bekanntesten elliptischen Riesengalaxie des Haufens M87, auch bekannt als Messier 87 oder Virgo A. M87 befindet sich etwa 53 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und ist die bekannteste Galaxie im Virgo-Haufen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass sie die größte bekannte Galaxie in diesem Haufen ist. Und in der Tat, sie ist gigantisch, wie du sehen kannst. Diese elliptische Galaxie hat einen Durchmesser von 120.000 Lichtjahren. Sie enthält über 2.000 Milliarden Sterne und ihr supermassives schwarzes Loch, M87, hat die Größe von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Ja, du hast richtig gehört. Wir sprechen von Milliarden. Das ist riesig im Vergleich zu Sagittarius A., dem schwarzen Loch in der Milchstraße, das eine Masse von 4 Millionen Sonnenmassen hat. Das supermassive schwarze Loch von M87 ist so monströs, dass es 5 Sechstel der Gesamtmasse der Galaxie ausmacht. M87 hat mehr als 10.000 Kugelsternhaufen. Zum Vergleich, unsere eigene Galaxie hat nur 200. Nicht nur wegen seiner gigantischen Ausmaße ist M87 ein so heißes Gesprächsthema. Sie wurde 1779 von dem deutschen Astronomen Johann Gottfried Köhler entdeckt und 1781 von Charles Messier in den Messier-Katalog aufgenommen. Mit einer Helligkeit von 9,6 ist sie eine der hellsten Galaxien des Virgo-Haufens. Darüber hinaus erzeugt ihr supermassives schwarzes Loch einen Plasmastrahl, der sich über eine Länge von 5000 Lichtjahren erstreckt. Es ist daher eine starke Radioquelle. Das schwarze Loch von M87 befindet sich in seinem aktiven Zentrum und ist somit Teil des aktiven Kerns der Galaxie M87. Zur Erinnerung, eine aktive Galaxie beherbergt einen aktiven Kern, dessen Leuchtkraft in einem bestimmten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, zum Beispiel Radiowellen, Infrarot, Ultraviolett, Röntgenstrahlen und so weiter, weit überdurchschnittlich stark ist. Die Strahlung des aktiven Kerns stammt aus der Akkretion durch das zentrale schwarze Loch der Galaxie. Diese erstaunlichen Objekte sind die hellsten kontinuierlichen Quellen elektromagnetischer Strahlung im Universum. Der von M87 gebildete Unterhaufen umfasst zahlreiche Galaxien, die wir erkunden werden, bevor wir die beiden anderen Hauptunterhaufen des Virgo-Haufens besuchen. Beginnen wir mit der Galaxie Messier 98 oder NGC 4192, obwohl der armenische Astronom Abraham Matesian sie dem Unterhaufen M86 zuordnet, den wir später erkunden werden. Man nimmt an, dass diese intermediäre Spiralgalaxie zu dem Unterhaufen gehört, der von M87 gebildet wird. Sie befindet sich etwa 50 Millionen Lichtjahre von uns entfernt, im Sternbild Perenices her. Der französische Astronom Pierre Méchain entdeckte sie im März 1781 zusammen mit den benachbarten Galaxien M99 und M100. Mit einer Helligkeit von 10,1 ist er sehr schwer zu beobachten. In der Tat ist sie eines der am schwierigsten zu beobachteten Objekte im Messier-Katalog. Dennoch ist es den Astronomen gelungen, mit dem 1989 eingeweihten NTT der ESO, dem ersten Teleskop mit adaptiver Optik ein großartiges Bild von ihm zu erhalten. Erstaunlich ist, dass Messier 98 sehr reich an jungen Sternen ist. Es wird angenommen, dass er 1000 Milliarden davon enthält. Wissenschaftler glauben, dass eine Wechselwirkung mit M99 vor 750 Millionen Jahren diese Sterne irgendwie entzündet hat. M99 oder NGC 4254 ist eine sogenannte große Spiralgalaxie, das heißt eine Spiralgalaxie mit gut ausgeprägten Spiralarmen. Sie hat eine dreimal höhere Sternentstehungsrate als andere Spiralgalaxien ähnlichen Typs, was auf Wechselwirkungen mit anderen Galaxien zurückzuführen sein könnte, wie im Fall M98. Auf jeden Fall ist diese Galaxie für die Wissenschaftler von Interesse, da hier unerklärliche Phänomene beobachtet wurden. Der Stern PTF-10FQS zum Beispiel verhält sich seltsam. Dieser Stern wurde von der astronomischen Durchmusterung Palomar Transient Factory, PTF, entdeckt, die nach plötzlichen Helligkeitsveränderungen sucht, wie sie von einem veränderlichen Stern oder einer Supernova verursacht werden. Der Stern PTF-10FQS hatte eine mittlere Helligkeit, die zwischen der einer Nova und einer Supernova lag. Im Laufe von 68 Tagen nahm er jedoch langsam an Helligkeit ab, eine Tatsache, die von den Wissenschaftlern noch nicht aufgeklärt werden konnte. Wie M98 sind sich die Astronomen nicht einig, ob M99 zum Subhaufen M97 gehört. Messier 100, ebenfalls 1781 zusammen mit M98 und M99 entdeckt, ist ebenfalls eine große Spiralgalaxie im Sternbild Chevelure de Berenice, 56 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sie ist auch unter dem Namen M100 oder NGC 4321 bekannt. Ihr Durchmesser beträgt etwa 120.000 Lichtjahre. Ihre Helligkeit ist mit 9,4 recht gering. Um die Spiralarme dieser Galaxie von der Erde aus beobachten zu können, muss man eine Langzeitbelichtung mit einem Teleskop von mindestens 200 mm machen. Die Beobachtung ist mit einem 400 mm Teleskop einfacher. Im Sternbild Berenices Hair kannst du auch M85 beobachten, die nördlichste Galaxie des Virgo-Haufens, die ebenfalls von Pierre Méchain entdeckt wurde. Man nimmt an, dass es sich um eine elliptische Galaxie handelt, obwohl sie seit langem als linsenförmige Galaxie klassifiziert wird. Im Sternbild de la Vierge kannst du die Spiralgalaxie NGC 4388 beobachten, die 1784 von dem deutsch-britischen Astronomin William Herschel entdeckt wurde. Was ist das Besondere an ihr? Sie stößt Gaswolken mit einem Durchmesser von mehr als 100.000 Lichtjahren aus. Man nimmt an, dass NGC 4388, die als aktive Galaxie eingestuft wird, Gas ausgestoßen hat, als sie das intergalaktische Medium des Virgo-Haufens durchquerte. Oder sie könnte eine kleinere Galaxie durch ihre Schwerkraft zerstört haben, wobei nur diese Staubwolken zurückblieben. Die Galaxie der Augen, die sich immer noch im Sternbild Jungfrau befindet, besteht aus NGC 4435 und NGC 4438, die auch als ARP 120 bekannt ist. Dieses Galaxienpaar, das vom Very Large Telescope der ESO in den Anden fotografiert wurde, befindet sich rund 52 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Warum sprechen wir über die Augen der Jungfrau? Weil die Galaxienkerne, zwei weiße Ovale, bei Betrachtung durch ein mittelgroßes Teleskop wie ein paar leuchtende Augen aussehen. NGC 4438 ist die größere der beiden. Einst eine Spiralgalaxie wurde sie durch Kollisionen mit anderen Galaxien verformt. Tatsächlich wurden in den Spiralarmen beider Galaxien Verformungen beobachtet, die Wissenschaftler zu der Vermutung veranlassen, dass sie vor mehreren Millionen Jahren zusammengestoßen sein könnten. Immerhin sind die beiden Galaxien nur 100.000 Lichtjahre voneinander entfernt, was in der Größenordnung des Universums eine sehr geringe Entfernung ist. Obwohl sie sich sehr ähnlich sehen, sind NGC 4438 und NGC 4435 sehr unterschiedlich. In NGC 4438 wurden einige der jungen Sterne und Gaser aus der Galaxie herausgelöst und sind nun entlang eines langen Bandes verstreut. Im Gegensatz dazu ist NGC 4435 kompakt und scheint frei von Gas und Staub zu sein. Abgesehen von einem Masseverlust scheint sie durch die Kollision der beiden Galaxien nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein wie NGC 4438. Einige Wissenschaftler glauben, dass der Schaden an NGC 4438 auch durch eine Kollision mit M86, der zweiten großen elliptischen Galaxie im Virgo-Haufen, verursacht worden sein könnte. Diese Galaxie werden wir uns als nächstes ansehen. Diese elliptische Galaxie wurde 1779 von dem deutschen Astronomen Johann Gottfried Köhler entdeckt und noch im selben Jahr von Charles Messier beobachtet und in Messiers Katalog als M86 aufgenommen. Ihr charakteristisches Merkmal ist eine Blauverschiebung. Mit anderen Worten, sie kommt uns immer näher und zwar mit großer Geschwindigkeit. Die Radialgeschwindigkeit von Messier 86 wurde in der NET-Datenbank auf 224 km pro Sekunde geschätzt. Von allen Galaxien im Messier-Katalog ist sie nach M90 diejenige, die sich der Milchstraße am zweitschnellsten nähert. Mehrere Gasfilamente verbinden sich mit NGC 4438, was zeigt, dass die beiden Galaxien in einer gravitativen Wechselwirkung stehen. Diese Wechselwirkung scheint Materie von M86 wegzuziehen. Eine weitere Besonderheit von M86 ist die große Anzahl von Kugelsternhaufen. Man schätzt sie auf etwa 3000. Diese Kugelsternhaufen sind in seinem Halo konzentriert, wo es auch Bänder von Sternen gibt, die die Überreste von Zwerggalaxien sein könnten, die von M86 absorbiert wurden. M86 ist eine von acht Galaxien in der Makarian-Kette. Die Galaxien der Makarian-Kette sind in einem Kreisbogen angeordnet und haben eine gemeinsame Bewegung. Der Name dieses ungewöhnlichen Objekts stammt von dem armenischen Astronomen Benjamin Makarian, der entdeckte, dass diese Galaxien eine gemeinsame Bewegung haben. Die Makarian-Kette befindet sich im Zentrum des Virgo-Haufens. Die Galaxien, aus denen die Makarian-Kette besteht, sind M84, M86, die linsenförmigen Galaxien NGC 4477, NGC 4461, NGC 4438 und NGC 4435, sowie die elliptischen Galaxien NGC NGC 4473 und NGC 4458. M84 oder NGC 4374 ist eine sehr helle Linsengalaxie im Sternbild Jungfrau. Sie markiert den Beginn der Makarian-Kette. Sie ist kleiner und weniger leuchtkräftig als ihr Nachbar M87, aber ansonsten sehr ähnlich. Sie ist sehr reich an Kugelsternhaufen und hat ein Zentrum, in dem zwei Plasmastrahlen im Radio beobachtet werden können. Das supermassive schwarze Loch, das sich im Zentrum der Galaxie befindet und diese Materiejets aussendet, soll eine Masse von 1,5 Milliarden Sonnenmassen haben. M84 wird manchmal als Teil der M49-Gruppe gesehen, der elliptischen Galaxie, die den dritten Hauptunterhaufen des Virgo-Haufens bildet, den wir später auf unserer Reise entdecken werden. Wie M87 bildet auch M86 einen Unterhaufen, der aus zahlreichen anderen Galaxien besteht. Die M86-Gruppe wurde von dem armenischen Astronomen Abraham Matesian definiert. Der Astronom zählte mindestens 22 Galaxien in dieser Gruppe, die sich in den Sternbildern Jungfrau und Berenices Herr befinden, aber seine Liste wurde inzwischen leicht überarbeitet. In der Gruppe M86 kannst du ein Paar beobachten, das aus zwei Galaxien besteht, M90 und IC 3583. M90 oder NGC 4569 ist eine intermediäre Spiralgalaxie, das heißt eine Galaxie auf halbem Weg zwischen einer normalen Spiralgalaxie und einer Balkenspiralgalaxie. Sie ist eine der größten Spiralgalaxien des Virgo-Haufens. Sie wurde 1781 von Charles Messier entdeckt. Sie hat eine Blauverschiebung und ist daher der Milchstraße sehr nah. Erstaunlich ist die Geschwindigkeit, mit der sie sich uns nähert. 235 Kilometer pro Sekunde nach Angaben des NID. Wissenschaftler schätzen, dass er sich mit 1500 Kilometern pro Sekunde innerhalb des Virgo-Sternhaufens bewegt und möglicherweise sogar der Schwerkraft des Sternhaufens entkommt. Einige Wissenschaftler glauben, dass er den Virgo-Haufen bereits verlassen haben könnte. Sie ist die sich am schnellsten nähernde Galaxie, sogar noch vor M86. Eine weitere Besonderheit von M90 sind die eng gewundenen Spiralarme, in denen es anscheinend keine Sternentstehungsaktivität mehr gibt. Nach Ansicht einiger Forscher entwickelt sich M90 zu einer linsenförmigen Galaxie. M90 wurde vom amerikanischen Astronomen Helton C. Arp in seinem Atlas of Peculiar Galaxies aufgenommen, da es sich um eine Spiralgalaxie mit einem Begleiter von hoher Oberflächenhelligkeit handelt. Dieser Begleiter ist IC 3583, eine kleine, unregelmäßige Merrillansche Galaxie. Sie hat eine Helligkeit von 13,3 und eine Flächenhelligkeit von 14,26 und ist damit eine Galaxie mit geringer Flächenhelligkeit. Ihre Radialgeschwindigkeiten sind unterschiedlich, aber sie bilden wahrscheinlich ein Galaxienpaar, da sie sich in ähnlichen Entfernungen befinden. M89 ist ebenfalls Teil der M86-Gruppe. Diese passtperfekt kreisförmige elliptische Galaxie ist auch als NGC 4552 bekannt. Sie wird von einer jetartigen Struktur begleitet, die sich über etwa 100.000 Lichtjahre erstreckt und bei der es sich um eine kleinere Satellitengalaxie handeln könnte, die durch Gezeitenkräfte zerfällt. Zur M86-Gruppe gehören auch mehrere Spiralgalaxien wie NGC 4208, NGC 4216, NGC 4396 und NGC 4419. Laut Abraham Mattesian gehört auch die Galaxie NGC 4438, eines der beiden Augen der Jungfrau, zur M86-Gruppe. Wir wenden uns nun der dritten elliptischen Galaxie zu, die einen Subhaufen innerhalb des Virgo-Haufens bildet. M49 oder Messier 49, auch bekannt als NGC 4472. Sie befindet sich in etwa 55 Millionen Lichtjahren Entfernung und hat einen Durchmesser von fast 160.000 Lichtjahren. Damit ist er kleiner als der Riese M87. M49 befindet sich weit vom Zentrum des Virgo-Haufens entfernt, ist aber mit einer Helligkeit von 8,4 und einer Flächenhelligkeit von 12,8 die hellste Galaxie des Haufens. Sie war daher die erste Galaxie im Virgo-Haufen, die entdeckt wurde. Es wird angenommen, dass sie fast 200 Milliarden Sterne enthält. Wie die meisten elliptischen Galaxien enthält sie hauptsächlich alte Sterne. Die letzte Periode der Sternentstehung fand vor etwa 6 Milliarden Jahren statt, also vor der Geburt der Sonne. Insgesamt sind ihre Sterne älter und röter als die der Sonne. M49 enthält auch eine große Anzahl von Kugelsternhaufen, etwa 6.300, was im Vergleich zu den etwa 200 Kugelsternhaufen in der Milchstraße ziemlich viel ist. Das Durchschnittsalter dieser Kugelsternhaufen beträgt 10 Milliarden Jahre. Im Zentrum der Galaxie befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch von etwa 565 Millionen Sonnenmassen. Bei M49 handelt es sich um eine Region mit schwach ionisierender Kernemissionen, LINIR, und einem beidseitigen Radiojet, dessen Emissionen schwächer als normal sind. M49 steht in gravitativer Wechselwirkung mit der irregulären Zwerggalaxie UGC 7636. Diese Wechselwirkung ist als ARP 134 katalogisiert. Die M49-Gruppe umfasst etwa 120 Galaxien in den Sternbildern Virgo und Berenice. Es ist nicht klar, welche Galaxien zu dieser Gruppe gehören, da sich einige auf die Milchstraße zubewegen, während andere sich von ihr weg in Richtung des Zentrums des Virgo-Haufens bewegen. In einem Artikel des Astronomen A.M. Garcia aus dem Jahr 1993 wurden 127 solcher Galaxien aufgelistet, darunter auch einige im Messier-Katalog. M58 ist eine von ihnen. Diese Galaxie ist eine von vier Balkenspiralgalaxien in Messiers Katalog, zusammen mit M91, M95 und M109, die nicht zur M49-Gruppe gehören. Sie wird jedoch nicht immer als Balkenspiralgalaxie eingestuft. Der Balken kann mit einem Teleskop ab 20 cm gesehen werden. Sie war auch eine der ersten Spiralgalaxien, die als solche erkannt wurden, und eine der hellsten Galaxien im Virgo-Haufen. M60 gehört ebenfalls zur M49-Gruppe und ist eine der größten elliptischen Galaxien im Virgo-Haufen. Einige Wissenschaftler glauben, dass es sich um einen vierten Unterhaufen und nicht nur um ein Mitglied der M49-Gruppe handelt. Messier beschrieb sie als etwas unauffälliger als die beiden anderen M58 und M59. Den Beobachtungen des Hubble-Teleskops zufolge befindet sich im Herzen von M60 ein massives Zentralobjekt von etwa 2 Milliarden Sonnenmassen. M60 ist auch die Umlaufbahn der ultrakompakten Zwerggalaxie M60-UCD1, die wir vor wenigen Augenblicken beobachtet haben. M88 oder NGC 4501 ist eine weitere bemerkenswerte Galaxie, die zur M49-Gruppe gehört. Sie wurde von Messier als sternloser Nebel mit einer der schwächsten Lichtstärken beschrieben. Wie M58, der sie laut Messier ähnelt, war sie eine der ersten Spiralgalaxien, die als solche erkannt wurde. Eine ihrer Besonderheiten ist, dass sie eine beeindruckende Auswärtsgeschwindigkeit von über 2200 Kilometern pro Sekunde aufweist. Man spricht auch von der Gruppe M88, die mindestens 44 Galaxien umfasst. Zu den anderen Mitgliedern der M49-Gruppe gehört M91, die im Messier-Katalog als fehlende Galaxie beschrieben wird, weil die vom Astronomen angegebene Position falsch war. Fahren wir fort mit der Erkundung der bemerkenswertensten Galaxien im Virgo-Haufen. Im Süden des Haufens kannst du M104 oder NGC 4594, auch Sombrero-Nebel genannt, beobachten. Diese Spiralgalaxie ist aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens leicht zu erkennen. Im Profil betrachtet hat sie ein dunkles Band, das quer über sie verläuft und ihr das Aussehen eines Sombreros verleiht, daher ihr Name. Das dunkle Band, das du sehen kannst, ist in Wirklichkeit eine symmetrische Scheibe, die den Bulge der Galaxie umgibt und den größten Teil des neutralen Wasserstoffs und des Staubs enthält. Du kannst sie mit einem kleinen 200-mm-Teleskop sehr tief am Horizont sehen, dank des Kontrasts, den dieses schwarze Band bildet. Der Kern von M104 ist eine starke Quelle von Synchrotronstrahlung im Röntgen- und Radiowellenbereich. Zu den bemerkenswerten Galaxien des Virgo-Haufens gehört NGC 4666, eine intermediäre Spiralgalaxie, die 1784 entdeckt und als Starbust-Galaxie beschrieben wurde. Bei einer Starbust-Galaxie handelt es sich um eine Galaxie mit einer außergewöhnlich hohen Sternentstehungsrate im Vergleich zu der in anderen Galaxien beobachteten Durchschnittsrate. Man nimmt an, dass diese hohen Raten das Ergebnis einer Kollision oder Wechselwirkung mit einer oder mehreren nahegelegenen Galaxien sind. Diese Ausbrüche sind vorübergehend. Im Fall von NGC 4666 ist diese intensive Sternentstehungsaktivität vermutlich das Ergebnis einer Wechselwirkung mit benachbarten Galaxien, insbesondere NGC 4668 und NGC 4632, die zusammen ein Galaxientrio bilden. NGC 4452 ist ebenfalls eine interessante Galaxie, da sie sich uns vom Rand aus präsentiert. Sie ist eine linsenförmige Galaxie, so vermuten die Wissenschaftler. In der Tat scheint sie sehr dünn zu sein, was es schwierig macht, ihre Form mit Sicherheit zu bestimmen. Die Astronomen sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine linsenförmige Galaxie handelt, da sie keine Staublinie zu haben scheint. Es könnte sich aber auch um eine anämische Galaxie handeln. Anämische Galaxien sind Spiralgalaxien mit geringem Kontrast zwischen der Scheibe und den Spiralarmen. Sie sind eigentlich eine Zwischenform zwischen der sternbildenden, gasreichen Spiralgalaxie und der inaktiven, gasarmen Linsengalaxie. Wir haben nun unsere Erkundung der bemerkenswertensten Galaxien im Virgo-Haufen abgeschlossen. Natürlich hast du nicht alle Galaxien dieses Haufens gesehen, der immerhin zwischen 1300 und 2000 umfasst. Schauen wir uns die Sternpopulation des Virgo-Haufens einmal genauer an. Wie du sehen kannst, sind die meisten Galaxien im Virgo-Haufen elliptisch. Der Virgo-Haufen enthält daher viele Sterne der Population 2, das heißt sehr alte, metallarme Sterne, die vor 11 bis 13 Milliarden Jahren vor der galaktischen Scheibe entstanden sind. Man findet sie im Halo der Galaxien. Der Virgo-Haufen umfasst aber auch jüngere Galaxien, wie zum Beispiel Spiralgalaxien, in denen wir sogenannte Populations-1-Sterne finden. Die Sterne der Population 1 sind weniger als 10 Milliarden Jahre alt und gelten daher als jung. Sie sind reich an Metallen, das heißt an anderen Elementen als Wasserstoff und Helium. Man findet sie häufig in den Armen von Spiralgalaxien, aber auch in Kugelsternhaufen und Galaxien-Halos. Sie entstehen aus Materie, die bei Supernovae-Explosionen ausgestoßen wird. Im Gegensatz zu den Sternen der Population 1 oder 2 sind die Sterne der Population 3 vermutlich noch älter. Man nimmt an, dass sie kurz nach dem Urknall entstanden sind und ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestehen. Bislang wurden diese Sterne jedoch nur modelliert, beobachtet wurden sie noch nicht. Der Virgo-Haufen umfasst über 692 Kugelsternhaufen, die sich alle um M87, die Hauptgalaxie des Haufens, gruppieren. Wenn wir sagen, dass sie sich in der Nähe befinden, meinen wir eine Entfernung von etwa 2,74 Millionen Lichtjahren. Die meisten der beobachteten Kugelsternhaufen bestehen aus Sternen, die reich an schweren Elementen sind, das heißt an Elementen, die weder Wasserstoff noch Helium sind und die eine hohe Metallizität aufweisen. Sie sind also sehr alt. Es gibt aber auch blaue Kugelsternhaufen in der Nähe des aktiven Zentrums von M87, die heißer und damit jünger sind. Stellare Systeme mit blauen Sternen und hoher Metallizität wurden auch im Virgo-Haufen gesichtet. Sie haben sich wahrscheinlich aus Gas von nahegelegenen Galaxien gebildet, von denen sie durch den dynamischen Druck getrennt wurden. Dies ist jedoch derzeit nur eine Hypothese, die vielleicht die seltsame Tatsache erklärt, dass diese Sternsysteme so weit von jeder Gasquelle entfernt sind. Bei einer astronomischen Durchmusterung mit dem Schmidt-Samuel-Oschin-Teleskop des Mount Paloma Observatory wurden 24.353 massereiche Sterne im Virgo-Haufen gezählt. Man geht davon aus, dass sich diese Überriesen vor etwa 60 Millionen Jahren gebildet haben. Sie wurden in drei Gruppen eingeteilt. Blaue Überriesen, gelbe Überriesen und rote Überriesen. Blaue Überriesen sind eher an der Peripherie des Haufens zu finden, rote Überriesen in der Nähe des Zentrums. Ein isolierter, blauer Überriese wurde im Gezeitenschweif der irregulären Zwerggalaxie IC 3418 gesichtet. Ein Gezeitenschweif ist eine lange Ansammlung von Gas und Sternen, die sich unter dem Einfluss der galaktischen Gezeitenkräfte aus einer wechselwirkenden Galaxie entwickelt haben. Manchmal enthalten Gezeitenschweife einen großen Teil der Materie einer Galaxie. Dank der Beobachtungen von Galaxien des frühen Typs durch die Chandra- und Hubble-Teleskope konnten die Wissenschaftler auch massearme Röntgen-Doppelsterne aufspüren, die sich meist in Kugelsternhaufen befinden. Bei diesen Sternen handelt es sich um Doppelsterne, das heißt um ein System aus zwei Sternen, die um ein gemeinsames Gravitationszentrum kreisen. Ihr besonderes Merkmal ist, dass sie im Röntgenbereich strahlen. Sie sind in den massereichsten Kugelsternhaufen zu finden, die alt genug sind, um sie entstehen zu lassen. Außerdem beherbergen Kugelsternhaufen mit zunehmendem Alter immer mehr schwarze Löcher und Neutronensterne und ein Röntgen-Doppelgänger besteht in der Regel aus einem dieser beiden Objekte in Verbindung mit einem Stern geringerer Masse. Zur Sternpopulation des Virgo-Haufens gehören auch Magnetare. Dabei handelt es sich um Neutronensterne mit extrem hohen Magnetfeldern von mehr als 10 bis 15 Gauss. Eine von 10 Supernovae lässt einen Magnetar entstehen. Woher kommt dieses starke Magnetfeld und warum entstehen nur bei wenigen Supernovas Magnetare? Das Verständnis der Wissenschaftler über Magnetare ist zwar noch nicht vollständig, aber es scheint, dass dieses Magnetfeld mit dem Dynamo-Effekt zusammenhängt, der bei Neutronensternen auftritt. Dazu müssen sich die Neutronensterne aber schnell genug drehen. Der Dynamo-Effekt ist das selbst erzeugte Magnetfeld eines Körpers, der sich in einem schwachen oder gar keinem Magnetfeld bewegt. Der letzte Sterntyp, der im Virgo-Sternhaufen entdeckt wurde, ist der veränderliche Cepheid-Stern. Dabei handelt es sich um gelbe Riesen- oder Überriesensterne, die 4 bis 15 Mal massereicher sind als die Sonne und 100 bis 30.000 Mal heller leuchten. Der Polarstern war ein Cepheid, obwohl man 1994 entdeckte, dass seine Helligkeit stabil geworden war. Der Virgo-Haufen beherbergt eine große Population von Cepheid-Sternen. Auch wenn wir die Galaxien und Sterne erforscht haben, hat der Virgo-Haufen noch nicht alle seine Geheimnisse preisgegeben. Seltsame oder bemerkenswerte Objekte, die weder Sterne noch Galaxien sind, wurden in diesem Haufen entdeckt. Dazu gehört Virgo-HI21, ein galaxiengroßer Halo aus dunkler Materie, der keine sichtbaren Sterne enthält. Dieses seltsame Objekt wurde mit einem Radioteleskop entdeckt, denn es ist unsichtbar. Da Virgo-HI21 der erste Halo aus dunkler Materie ist, der keine Sterne enthält, und derjenige mit dem höchsten Anteil an dunkler Materie glauben die Wissenschaftler, dass er die Theorie der dunklen Materie bestätigen könnte. Diese Theorie besagt, dass sich dunkle Materie in Galaxien und sogar Galaxienhaufen ansammelt, genau wie gewöhnliche Materie oder leuchtende Materie, wenn man so will. Virgo-HI21 hat eine Masse von etwa 100 Millionen Sonnenmassen und weniger als ein Tausendstel seiner Masse ist Wasserstoff. Es ist bekannt, dass er sehr wenig gewöhnliche Materie enthält, die aus Baryonen besteht. Es könnte sich um eine sehr große Wolke aus diffusem Wasserstoff handeln. Dies würde erklären, warum sie keine Sterne zu enthalten scheint. Nach kosmologischen Modellen ist die dunkle Materie fünfmal so häufig wie die gewöhnliche Materie. Die Entdeckung dieser ersten dunklen Galaxie ist daher für die Astronomen ein großer Schritt nach Form. Fahren wir fort mit der Erforschung der bemerkenswerten Objekte und Phänomene des Virgo-Haufens. Am 18. Mai 2017 wurde der erste schnelle Radio-Burst im Haufen entdeckt. Dieses Phänomen ist extrem selten. Es handelt sich um einen Radiowellenausbruch, der nur wenige Millisekunden dauert. Dieser schnelle Radioausbruch hat den Namen FRB 180417 erhalten. Er wurde für weniger als eine Sekunde beobachtet. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Phänomen hinter dem Virgo-Haufen auftrat, aber die Wissenschaftler kennen seine Quelle nicht. Zum Abschluss dieser Reise werfen wir einen Blick auf die Gruppe junger blauer Sterne, die als SECCO1 bekannt ist. Diese Gruppe befindet sich in einer geschätzten Entfernung zwischen 48 und 72 Millionen Lichtjahren von uns. Sie wurde zuerst von Charles Messier entdeckt, aber neuere Beobachtungen mit dem Hubble-Teleskop und den VLT- Instrumenten der ESO in Chile haben die Wissenschaftler fasziniert. Die Bilder zeigen nämlich die Existenz undefinierbarer blauer Objekte, die möglicherweise mit Galaxien des Virgo-Haufens in Verbindung stehen, sich aber bis zu 300.000 Lichtjahre von ihm entfernt haben. Diese Objekte weisen nie zuvor gesehene Merkmale auf. Die jungen Sterne sind sehr blau, sehr jung, reich in Metallen und in Wolken mit sehr wenig atomaren Wasserstoff gebadet. Das Ergebnis sind Strukturen von der Größe von Zwerggalaxien. Die Entstehung dieser Sterne ist noch nicht lange her, denn es wurden nur blaue Sterne entdeckt, keine gelben oder roten. Angesichts ihrer hohen Metallizität ist jedoch davon auszugehen, dass sie aus Gas entstanden sind, das sich mit mehreren Generationen von Sternen entwickelt hat. Es müsste also rote und gelbe Zwerge geben, wie in der Milchstraße. Dieses Paradoxon verblüfft die Astrophysiker. Es gibt mehrere Theorien, die dieses seltsame Phänomen erklären sollen. Die erste besagt, dass die Gezeitenkräfte einer großen Galaxie Gas aus einer anderen Galaxie angezogen haben. Die zweite, eine Galaxie kollidierte schnell mit einer Masse heißen Plasmas und der Schock riss eine Gasmasse aus dieser Galaxie. Dies ist als dynamischer Druckstripping-Effekt bekannt. Diese Hypothese ist wahrscheinlicher, denn damit die beobachteten Objekte so isoliert sein können, muss es eine schnelle Bewegung gegeben haben. Das Zentrum der Galaxie ist unser Ausgangspunkt und wir machen uns auf den Weg zum Rand der Galaxie. Die Grenze der Milchstraße bezieht sich auf den Bereich unserer Galaxie, indem sie auf den intergalaktischen Raum oder andere Galaxien trifft. Sie ist keine klar definierte Linie oder Grenze, sondern eher eine Übergangszone, in der die Dichte der Sterne allmählich abnimmt, je weiter wir uns vom galaktischen Zentrum entfernen. Die Grenze der Milchstraße ist ein wichtiges Interessengebiet für Astronomen, denn sie ermöglicht es ihnen, die Wechselwirkungen zwischen unserer Galaxie und dem intergalaktischen Raum zu untersuchen. Sie bietet auch die Möglichkeit, stellare Objekte zu beobachten, die isolierter sind und weniger durch Wechselwirkungen mit anderen Sternen in der Galaxie gestört werden. Aufgrund der Komplexität der Struktur der Milchstraße ist die genaue Abgrenzung ihrer Grenze jedoch nach wie vor ein aktives Forschungsthema in der Astronomie. Die Milchstraße besteht aus Hauptarmen, die jeweils nach dem Sternbild benannt sind, in dem sie liegen. Der hellste Arm befindet sich im Sternbild Schütze. Dahinter liegt der galaktische Kern. Das Sonnensystem befindet sich, anders als lange Zeit angenommen, nah am inneren Rand des Orion-Arms. Alle Arme liegen in einer Ebene, die durch die galaktische Scheibe definiert ist. Das Zentrum des Kerns ist ausgebeult und die Kugelsternhaufen kreisen in der Heloregion um ihn herum. Von vorne betrachtet ähnelt die Milchstraße einer riesigen Rosette. Das meiste Licht kommt von den Armen, die sich spiralförmig von der zentralen Ausbuchtung ausbreiten. Das Material der Arme ist nur wenig dichter als das der restlichen Scheibe. Wenn die Spirale sichtbar ist, liegt das daran, dass die Sterne in ihr sehr jung und besonders hell sind. Die Milchstraße hat vier große Spiralarme. Den Perseus-Arm, den Eco-Cross-Arm, den Sagittarius-Carina-Arm und den Rula-Arm. Der Arm, auf dem sich die Erde und unser Stern, die Sonne, befinden, ist der Orion-Arm, der ein Nebenarm ist. Die Sternpopulationen in der Milchstraße werden je nach Alter und chemischen Elementen in zwei Hauptgruppen eingeteilt. Population 1 umfasst die jüngsten Sterne. Sie sind reich an schweren Elementen und entstehen aus Materie, die von anderen Sternen stammt. Die meisten dieser Sterne befinden sich in der galaktischen Scheibe, wo protostellare Materie im Überfluss vorhanden ist. Population 2 besteht aus älteren, metallarmen Sternen. Die meisten befinden sich im Halo, aber einige auch im Bulge. Sie bilden oft Kugelsternhaufen, in denen die gesamte protostellare Materie verbraucht ist. Infolgedessen bilden sich dort keine Sterne mehr. Der Raum zwischen den einzelnen Sternen wird als interstellares Medium bezeichnet. Es besteht hauptsächlich aus Wasserstoff- und Staubkörnern. Es macht zwischen 10 und 15 Prozent der sichtbaren Masse der Milchstraße aus und ist in der galaktischen Scheibe konzentriert. Seine Verteilung ist nicht homogen. Wolken mit dichter Materie wechseln sich mit Bereichen sehr geringer Dichte ab. Staubkörner, die 1 Prozent der sichtbaren Masse ausmachen, sind überall zu finden. Es handelt sich um kleine, feste Körner mit einem Durchmesser von 0,01 bis 0,1 Mikronen. Sie bestehen aus Kohlenstoff, Silikat oder Eisen und sind von Wassereis und Ammoniak umgeben. Der kugelförmige Helo umgibt die Scheibe und die zentrale Glühbirne. Er erstreckt sich über 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Seine Dichte ist sehr gering und nimmt mit der Entfernung von der Scheibe ab. Der Helo besteht aus Kugelsternhaufen und einzelnen Sternen der Population 2. Sie umkreisen das galaktische Zentrum auf Bahnen, die sie weit von der Scheibe wegführen. Sie folgen nicht der Bewegung der anderen Sterne in der Scheibe und ihre Geschwindigkeit relativ zur Sonne ist hoch. Wenn wir hier sitzen und dieses Video ansehen, ist es schwer zu glauben, dass wir tatsächlich durch den Weltraum reisen. Und doch verfolgen wir die Bewegung unseres Planeten. Die Bewegung, die er mit dem gesamten Sonnensystem innerhalb der Milchstraße macht, aber auch die Bewegung unserer Galaxie als Teil der Expansion des Universums. Wir merken gar nicht, dass wir mit 600 Kilometern pro Stunde durch die Gegend rasen. Die Regelmäßigkeit der Bewegungen und die fast konstante Geschwindigkeit sorgen dafür, dass wir es nicht spüren. Die Milchstraße dreht sich seit fast 240 Millionen Jahren um sich selbst. Die Sternbilder, die wir heute sehen, gab es zu Zeiten der Dinosaurier nicht und wird es auch in ferner Zukunft nicht geben. Die Rotation der Galaxie ist differenziert, denn die zentralen Sterne und Himmelsobjekte haben eine kürzere Umlaufzeit als die weiter entfernten. In der Milchstraße gibt es noch viele andere Bewegungen. Die Sterne haben ihre eigene Bewegung, die durch die lokale Anziehungskraft der nahen Sterne verursacht wird. Sie bewegen sich quer durch die Galaxie. Die Sonne zum Beispiel hat ihre eigene Bewegung, die ihre Umdrehung um das galaktische Zentrum überlagert ist. Sie bewegt sich auf den Stern Mu im Sternbild Herkules zu. Auch alle anderen Objekte in der Milchstraße bewegen sich, zum Beispiel offene und kugelförmige Sternhaufen und Nebel. Die Bewegung von Kugelsternhaufen ist ganz besonders. Diese dicht gepackten Haufen aus alten Sternen bevölkern eine kugelförmige Region um den Kern und die Scheibe der Galaxie. Sie sind wie Satelliten, die um das galaktische Zentrum kreisen, mit elliptischen Bahnen, die länger und geneigter sind als die Scheibe. Sie bewegen sich und ziehen regelmäßig durch die Scheibe. Ihre Dichte sorgt für Stabilität, aber die Wechselwirkung mit der Ebene der Milchstraße führt dazu, dass sie sich auflösen. Offene Sternhaufen hingegen lösen sich in der Regel in den Spiralarmen auf. Die Sterne in diesen Haufen sind jünger und dünner. Das galaktische Zentrum der Milchstraße, auch zentraler Bulge genannt, ist eine Kugel mit einem Durchmesser von etwa 10.000 Lichtjahren. Staub und Gras verhindern, dass wir sie bei optischen Wellenlängen sehen können. Ohne all diese Elemente können wir den Kern der Milchstraße bewundern, der wie ein Stern leuchtet. Sagittarius A, eine der intensivsten Radioquellen am Himmel, liegt in Richtung des galaktischen Zentrums im Sternbild Sagittarius. Es ist ein sehr massives und kompaktes Objekt. Schnelle Bewegungen von Sternen um ihn herum haben es uns ermöglicht, ihn zu charakterisieren und seine Masse auf das 4 Millionenfache der Sonne zu schätzen. Der einzige Kandidat, der stark genug ist, um die Sterne so schnell zu bewegen, wäre ein supermassives schwarzes Loch. Astronomen sind sich einig, dass auch die meisten anderen Galaxien ein supermassives schwarzes Loch in ihrem Kern haben. Schwarze Löcher können von winzig bis supermassereich sein. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass die meisten schwarzen Löcher entstanden sind, als Riesensterne zu Supernovas wurden. Die zerstörerischen Kräfte waren so stark, dass der Stern kollabierte, bis er klein und schwer zu messen war. Dieser winzige Punkt wird als schwarzes Loch bezeichnet, aber seine Masse ist viel größer als die der Sonne. Im Laufe der Zeit entwickeln sich schwarze Löcher weiter und verschlingen den Staub und die Sterne, die sie umgeben. Schwarze Löcher sind in der Regel von einem Kreis umgeben, der als Ereignishorizont bekannt ist. Innerhalb dieses Kreises würden wir zweifellos hineingesaugt werden. Der Ereignishorizont von Sagittarius A ist 13 Millionen Kilometer breit. Er ist ziemlich ruhig, denn um ihn herum gibt es nichts mehr zu verschlucken. Die Sagittarius Sternwolke ist an einem besonders dunklen Himmel mit bloßem Auge sichtbar. Sie erscheint als eine leuchtende Verdichtung der Milchstraße. Sagittarius A hingegen ist nur wenig entfernt, bleibt aber vollkommen unsichtbar. Wir werden uns nun allmählich vom Balch entfernen und neue Horizonte besuchen. Der im Sternbild Serpentarius gelegene planetarische Nebel M2 bis 9, der auch als Schmetterlingsnebel bekannt ist, unterscheidet sich von anderen Nebeln. Am Ende ihres Lebens nehmen die Sterne wirklich elegante Formen an. M2 bis 9 sind wie die Sonne Sterne mit geringer Masse. Wenn sie sterben, verwandeln sie sich in weiße Zwerge, indem sie ihre gasförmigen Außenschichten abstoßen. Dieses ausgestoßene Gas bildet dann einen planetarischen Nebel, der für einige tausend Jahre bestehen bleibt. Der planetarische Nebel M2 bis 9 liegt etwa 2100 Lichtjahre von uns entfernt und hat eine Form angenommen, die deutlich an einen Schmetterling erinnert. Seine Besonderheit ist, dass in seinem Zentrum nicht ein, sondern zwei Sterne um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Messier 71, auch bekannt als NGC 6838, ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Pfeil. Messier 71 erstreckt sich über etwa 27 Lichtjahre. Er enthält nur sehr wenige veränderliche Sterne. Der Haufen zeigt sich am Himmel als diffus leuchtender Fleck der Größenordnung 8, der mit einem Fernglas sichtbar ist. Seine scheinbare Größe beträgt ein Fünftel des Monddurchmessers. Er ist das einzige Objekt in Messiers Katalog, das sich im Sternbild Pfeil befindet. M71 war Gegenstand vieler Debatten, da die Astronomen lange Zeit glaubten, dass es sich um einen sehr dichten, offenen Sternhaufen handelt, wohingegen jetzt festzustehen scheint, dass es sich um einen sehr schwach konzentrierten Sternhaufen handelt. Omega Centauri, auch bekannt als NGC 5139, ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Centauri. Die Erforschung und Entdeckung von Kugelsternhaufen und ihrer Familienverteilung ist wichtig, um die Auswirkungen der Galaxie auf die Entwicklung eines Haufens zu verstehen. Kugelsternhaufen haben sich zu Beginn der Entstehung unserer Galaxie gebildet und sind kugelförmig um die Milchstraße verteilt. Die Gebiete im Zentrum der Kugelsternhaufen sind sehr dicht, etwa 1000 Mal dichter als die Region in der Nähe der Sonne. Kugelsternhaufen sind nicht gleichmäßig in unserer Galaxie verteilt. Vier dynamische Familien werden durch ihre chemische Zusammensetzung und ihre Entfernung vom galaktischen Zentrum definiert. Es gibt Haufen, die wenig oder viel Metall enthalten, abgesehen von Wasserstoff und Helium. Die am wenigsten metallischen Galaxien befinden sich in der Randregion um die Spiralgalaxie, dem sogenannten galaktischen Helo. Dies sind die ältesten Galaxien. Der Helo wird in innere und äußere Haufen unterteilt. Erstere befinden sich in einer Entfernung vom galaktischen Zentrum, die kleiner ist als die Entfernung zur Sonne, und letztere in einer Entfernung, die größer ist als die Entfernung zur Sonne, aber kleiner als 200.000 Lichtjahre ist. Äußere Helo-Haufen hingegen sind mehr als 200.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Hochmetallische Kugelsternhaufen entstehen aus metallreicherer Materie, die durch Supernovas aus dem interstellaren Medium ausgestoßen wird. Diese Haufen sind daher jünger. Sie werden auch als Scheibenhaufen bezeichnet und befinden sich in der dichtesten zentralen Zone einer Spiralgalaxie, der sogenannten galaktischen Scheibe. Es wird angenommen, dass Omega Centauri in den ersten Milliarden Jahren des Universums entstanden ist, was ihm ein Alter von etwa 12 Milliarden Jahren verleiht. Sein Durchmesser beträgt 253 Lichtjahre. Er ist der größte bekannte Kugelsternhaufen in der Milchstraße. Es wird angenommen, dass Omega Centauri etwa 10 Millionen gelb-orangefarbene Riesensterne enthält, die mehr als 10 Milliarden Jahre alt sind. Damit hat Omega Centauri eine Masse, die 4 Millionen Sonnenmassen entspricht und ist damit der massivste Kugelsternhaufen in der Galaxie. Selbst in der lokalen Gruppe wird er in Bezug auf Masse und Leuchtkraft nur von Magell 2 übertroffen. In der zentralen Region von Omega Centauri sind die Sterne so zahlreich, dass Astronomen schätzen, dass zwischen ihnen nur 0,1 Lichtjahre liegen. Die Sterne unterscheiden sich stark in Alter und Metallizität. Im Allgemeinen sind die Sterne innerhalb von Kugelsternhaufen einheitlicher und älter. In Omega Centauri gibt es mehrere Generationen von Sternen. Diese Einzigartigkeit faszinierte die Astronomen, die spekulierten, dass Omega Centauri der Überrest einer kleinen Galaxie sein könnte, die von unserer eigenen Milchstraße absorbiert wurde. Der Kern dieser primitiven Galaxie hätte sich im Halo unserer Galaxie befunden und wäre zu Omega Centauri geworden. Omega Centauri ist mit dem bloßen Auge leicht zu erkennen und das schon seit dem Altertum. Bereits 150 n. Chr. nahm Ptolemäus ihn in seinen Almagest-Sternkatalog auf. Am Himmel erscheint er eher als diffuser Fleck denn als Stern. Wenn du ein kleines Instrument benutzt, kannst du viele kleine Sterne auf seiner Oberfläche erkennen. Von hier aus gelangen wir in eine Zone in der Nähe der Erde und unseres Sonnensystems. Das Sonnensystem ist unter anderem die Heimat der Erde, unseres Planeten. Die Sonne ist der uns am nächsten gelegene Stern, weshalb sie im Vergleich zu den anderen gigantisch erscheint und doch ähnelt sie den anderen tausenden von Sternen, die wir am Nachthimmel leuchten sehen. Abgesehen von der Sonne sind die Planeten die größten Objekte im Sonnensystem. Es gibt acht von ihnen, die in drei verschiedene Familien eingeteilt werden. Tellurische Planeten und Riesenplaneten. Zur ersten Kategorie gehören die Erde, Merkur, Venus und Mars. Die terrestrischen Planeten sind der Sonne am nächsten. Sie sind von bescheidener Größe, haben Atmosphären, außer Merkur, und sind felsig. Zu den Riesenplaneten gehören Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Sie sind groß und bestehen hauptsächlich aus Gas. Die meisten Planeten haben einen oder mehrere Monde, die natürliche Satelliten sind. Jeder der vier Riesenplaneten hat zahlreiche Monde, die ihn umkreisen, so als wäre er ein Modell-Sonnensystem. Jupiter zum Beispiel hat 92 bekannte Monde, darunter Ganymed, einen der größten. Riesenplaneten zeichnen sich auch durch das Vorhandensein von Ringen aus. Die bekanntesten sind die Ringe des Saturns. Sie bestehen aus kleinen Staub- und Eispartikeln sowie aus Gesteinsfragmenten. Messier 42, auch bekannt als der Orion-Nebel, ist der der Erde am nächsten gelegene diffuse Nebel. Diese Gas- und Staubwolke ist eine wahre Kinderstube von Sternen, die aufgrund ihrer Nähe von den Astronomen entdeckt wurden. Wie andere diffuse Nebel leuchtet auch der Orion-Nebel dank eines Phänomens, das als Fluoreszenz bekannt ist. Die Gasatome werden durch die ultraviolette Strahlung des hellen Sterns angeregt, sodass sie ebenfalls Licht erzeugen. Die Farbe, die ausgestrahlt wird, hängt von der Art der Atome ab. In Nebeln besteht die Mehrheit der Atome aus Wasserstoff, der rotes Licht aussendet. Auch Schwefel strahlt in der gleichen Farbe. Sauerstoff leuchtet in Grün. Leider können unsere Augen in der Nacht nicht zwischen den Farben unterscheiden, sodass sie uns meist grau erscheinen. Aber der Orion-Nebel ist dank seines hohen Kontrastes eine Ausnahme von dieser Regel. Messier 42 ist mit einem Fernglas leicht zu beobachten. Er erscheint wie eine kleine Wolke zwischen den Sternen des Schwerts des Orion. Mit einem Teleskop kann man in seinem zentralen Bereich grün erkennen. Dieser Farbton wird mit einem stärkeren Teleskop bestätigt. Unsere Augen sind nachts rotblind, was erklärt, warum wir diese Farbe nicht sehen können, obwohl im Orion-Nebel viel mehr Wasserstoffatome als Sauerstoffatome vorhanden sind. Der Nebel ist etwa 24 Lichtjahre groß. Er ist eigentlich nur der Hauptteil einer nach größeren Gas- und Staubwolke, der Orion-Wolke. Im Herzen des Orion-Nebels befindet sich eine riesige Gasblase, die eine Temperatur von 2 Millionen Grad Celsius erreicht. Der Nordamerikanebel, auch bekannt als NGC 7000 oder Amerikanebel, befindet sich im Sternbild Cygnus, etwa 1890 Lichtjahre entfernt. Sein Name leitet sich von seiner Form ab, die an die Silhouette Nordamerikas erinnert. Er liegt neben einem anderen Nebel, der als Pelikan bekannt ist. Zusammen bilden sie den sichtbaren Teil einer riesigen Wasserstoffwolke. Die Masse des Gases in diesen beiden Nebeln wird auf etwa 5000 Sonnenmassen geschätzt. Astronomen glauben, dass die Energie, die für das Leuchten der Nebel benötigt wird, von dem nahen Überriesenstern Deneb geliefert wird. Obwohl es noch andere Nebel in der Milchstraße gibt, die mindestens genauso groß sind, ist der Amerikanebel einer der einzigen, die mit bloßem Auge sichtbar ist. Er kann unter hervorragenden Beobachtungsbedingungen gesehen werden. Er strahlt das gleiche Licht aus wie ein Stern der Größenklasse 5, aber über eine so große Fläche, dass er schwerer zu erkennen ist. Halte einfach den hellen Stern Deneb ins Visier und die Form des amerikanischen Kontinents wird direkt daneben erscheinen. Der Amerikanebel und der Pelikannebel haben jeweils einen Durchmesser von etwa 50 Lichtjahren. Sie sind durch Absorptionswolken voneinander getrennt. In der Nähe des nordamerikanischen Nebels befindet sich der Stern Alpha Cygni. Besser bekannt als Deneb ist Alpha Cygni ein veränderlicher weißer Überriese. Er ist der hellste Stern im Sternbild Cygnus und der 19. hellste Stern am Himmel. Seine Helligkeit beträgt 1,25. Seine Oberflächentemperatur erreicht 8200 Grad Celsius. Seine Masse beträgt etwa 20 Sonnenmassen. Durch seinen Sternwind verliert Alpha Cygni jedes Jahr 0,8 Millionstel einer Sonnenmasse. Zusammen mit Vega und Altair bildet Deneb das Sommertreieck. Es ist eines der großen Wahrzeichen des Sommerhimmels. Diese Gruppierung von Sternen bildet ein offensichtliches Muster, ohne zu einem einzigen Sternbild zu gehören. Es ist ein Asterismus. Deneb gehört zum Sternbild Cygnus, Vega zu Lyra und Altair zu Igel. Obwohl Deneb am weitesten von uns entfernt ist, ist er dank seiner extremen Helligkeit mit bloßem Auge genauso gut sichtbar wie die anderen beiden. Dieser junge Pulsar, der auch als Vela-Pulsar bekannt ist, befindet sich im Sternbild Vela, etwa 959 Lichtjahre von der Erde entfernt. Der Vela-Pulsar war neben dem Krebs-Pulsar der erste junge Pulsar, der 1968 von Astronomen der Universität von Sydney entdeckt wurde. Wir werden später mehr über den Krebs-Pulsar sprechen, der weiter draußen am Rande der Milchstraße liegt. Das Wort Pulsar ist die Abkürzung für pulsierender Stern. Das Hauptmerkmal dieser Objekte ist, dass sie Strahlung in Form von regelmäßigen, extrem schnellen Radiopulsen aussenden. Ein einzelner Puls kann zwischen 10 Millisekunden und 10 oder 100 Sekunden dauern. Die Form eines Pulses und seine Dauer variieren von Pulsar zu Pulsar, bleiben aber bei jedem relativ konstant. Schwankungen können nur über lange Zeiträume festgestellt werden. Pulsare sind dank der Regelmäßigkeit ihrer Pulsation wahre kosmische Chronometer. Obwohl er älter ist als der Krebs-Pulsar, zeichnet sich der Segel-Pulsar durch seine immer noch sehr niedrige Rotationsperiode aus. Er zeichnet sich jedoch durch eine beeindruckende Anzahl von Glitches aus. Das sind abrupte Schwankungen der Rotationsperiode nach einer Verlangsamung der Pulsar-Rotation. Der Vela-Pulsar ist die zentrale Energiequelle in einer Region, die als Vela XYZ bekannt ist. In diesem Supernova-Nachglühen gibt es zahlreiche Pulsare. Es ist einer der hellsten Nachleuchter im Radiobereich. Der planetarische Nebel NGC 7293, auch bekannt als Helixnebel, liegt im Sternbild Wassermann. Seine Form wurde oft mit der eines menschlichen Auges verglichen, was ihm den Spitznamen das Auge Gottes einbrachte. Er ist einer der planetarischen Nebel, die der Erde am nächsten sind. Er ist auch einer der von Astronomie Begeisterten am meisten Beobachteten. Er befindet sich 650 Lichtjahre von der Erde entfernt und sieht aus wie zwei ineinander verschlungene Ringe. Der weiße Zwerg im Zentrum ist von einer roten Staubscheibe umgeben, die das gesamte umgebende Gas fluoreszieren lässt. Der Nebel erstreckt sich über einen Durchmesser von 5,74 Lichtjahren. Astronomen glauben, dass er sich vor etwa 12.000 Jahren auszudehnen begann. Zu dieser Zeit wurde ein rötlicher, mit bloßem Auge sichtbarer Stern immer heller, bevor er verschwand. Seitdem hat sich der Nebel an seiner Stelle immer weiter ausgedehnt, ist aber immer schwächer geworden. Die Farben sind mit der Art der Atome verbunden, die der Stern am Ende seines Lebens ausstößt. Rot entspricht dem Wasserstoff, blau und grün dem Sauerstoff und gelb dem Stickstoff. Diese Elemente verbreiten sich im Weltraum und reichern die Zusammensetzung der umgebenden Atmosphäre an. Aufgrund seiner Nähe zur Erde bietet uns der Helixnebel eine Fülle von Details. Objekte, die Kometenschweifen ähneln, wurden in beeindruckender Zahl fotografiert. Über 20.000 davon befinden sich im Nebel. Man nimmt an, dass sie das Ergebnis von Zusammenstößen zwischen Gaszonen mit unterschiedlichen Temperaturen sind. Von der Erde aus gesehen erscheint NGC 7293 durch ein Fernglas als graue Scheibe an einem perfekten Himmel. NGC 3324 ist ein Emissionsnebel, der sich nördlich von NGC 3372 befindet und auch als Carina-Nebel bekannt ist. NGC 3324 befindet sich in einer chaotischen, gas- und staubreichen Region des Carina-Nebels, in der vor einigen Millionen Jahren viele heiße, massereiche Sterne entstanden sind. Die Strahlung und die Sternwinde dieser jungen Sterne stoßen Materie aus dem Nebel aus und bilden einen Hohlraum in ihm. Die ausgestoßene Materie bildet eine leuchtende Zone, die als das Gesicht einer berühmten chilenischen Dichterin Gabriela Mistral bekannt ist. Der Carina-Nebel NGC 3372 ist einer der hellsten und größten bekannten Nebel. Er erstreckt sich über mehr als 300 Lichtjahre. Er enthält zahlreiche Überriesensterne, von denen Etat de la Carène der hellste und massereichste ist. Etat de la Carène hat eine Masse, die 120 mal größer ist als die der Sonne und eine Leuchtkraft, die 4 Millionen mal größer ist. Heute hat sie eine Helligkeit von 4,5 und ist mit bloßem Auge schwach sichtbar. In der Vergangenheit erlebte er jedoch eine gigantische Eruption, die ihn zum zweithellsten Stern hinter Sirius machte. Dieses Ereignis führte zu einer starken Eruption von Materie. Schwächere Ausbrüche gibt es bis heute. Eines Tages wird Etat de la Carène, der immer noch sehr instabil ist, in einer außergewöhnlichen Supernova explodieren. Von der Erde aus ist der Carinanebel leicht zu beobachten, zum Beispiel vom Wendekreis des Krebses aus in Westindien. Für das bloße Auge ist er mit seiner Helligkeit eins eine schöne graue Wolke. Mit einem Fernglas wird diese Wolke in zwei Teilen komplexer. Der Stern Etat de la Carène hingegen erscheint ohne Instrumente orange. Innerhalb des Carinanebels befindet sich ein eigenartiges Objekt, das als Schlüssellochnebel bekannt ist. Dies ist eine kleine dunkle Wolke aus kalten Molekülen und Staub, die auch helle Fäden aus heißem, fluoreszierendem Gas enthält. Der Durchmesser dieser Struktur beträgt etwa sieben Lichtjahre. Im Sternbild Kreuz des Südens liegt NGC 4755, der sogenannte Kappa-Kruzis-Haufen, der auch den Spitznamen Jevilbox trägt. Dieser junge, offene Sternhaufen befindet sich etwa 6440 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt. Seine scheinbare Größe beträgt etwa 19 Lichtjahre und sein Alter wird auf 16,4 Millionen Jahre geschätzt. Der Name Jevilbox, Schmuckkästchen, rührt von dem prächtigen bunten Funkeln seiner edelsteinähnlichen Sterne her. Im Zentrum des Haufens bilden helle Sterne ein A-förmiges Sternbild. Die Spitze wird von HD 111904 markiert, einem veränderlichen Überriesen. Er hat eine Helligkeit von 5,77. Der Balken des A wird von vier ausgerichteten Sternen mit einer Helligkeit von 6,92, 8,66, 7,1 bzw. 7,6 gebildet. Die beiden Schenkel des A schließlich werden von zwei blauen Überriesensternen markiert. Antares, auch bekannt als Alpha Scorpi, befindet sich im Sternbild Skorpion und ist ein Doppelstern, dessen Hauptbestandteil ein roter Überriese am Ende seines Lebens ist, genannt Antares A. Sein Volumen ist 680 Millionen Mal größer als das der Sonne. Um seine Größe besser zu veranschaulichen. Würde man ihn auf die Größe des Sonnensystems reduzieren, würde er die Umlaufbahn des Mars umfassen. Die Helligkeit von Antares reicht von 0,9 bis 1,8. Er ist etwa 10.000 Mal heller als die Sonne, aber seine Oberflächentemperatur ist mit etwa 3600 Grad Celsius niedriger als die der Sonne, 5500 Grad Celsius. In naher Zukunft wird Antares als Supernova explodieren und mehrere Wochen lang hell über den Himmel leuchten. Der Begleitstern des Überriesen heißt Antares B. Er ist ein Zwergstern mit einer Helligkeit von 5,5. Er ist viel weniger hell als Antares A, aber immer noch 170 Mal heller als die Sonne. Antares B ist aufgrund seiner Helligkeit und der Nähe zu Antares A schwer zu beobachten. Aber mit einem guten Instrument erscheint Antares B grün. Das ist ein Kontrasteffekt. Nicht weit von Antares entfernt befinden sich zwei Sternhaufen. N4 ist der nächstgelegene zu Antares und auch der nächstgelegene zu uns. Es ist ein Kugelsternhaufen, aber nicht der spektakulärste. M7 ist weiter entfernt. Es ist ein offener Sternhaufen, der sich in der Nähe des Schweifs des Skorpions befindet. Er ist von der Erde aus mit bloßem Auge sichtbar. M7 ist auch bekannt als der Ptolemäus-Haufen. Er ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Skorpion. Er liegt etwa 903 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt und wird auf ein Alter von etwa 140 Millionen Jahre geschätzt. Bei guten Beobachtungsbedingungen ist der Haufen von der Erde aus mit bloßem Auge sichtbar. Wenn du ein Fernglas oder ein Teleskop benutzt, werden die Sterne sichtbar. Sternhaufen sind Gebiete am Himmel, in denen die Sterne dichter sind als sonst. In einigen Fällen ist die Dichte ziemlich offensichtlich, in anderen weniger. Daher sind Sternhaufen schwieriger von den umliegenden Sternen zu unterscheiden. Um festzustellen, ob Sterne zu einem Haufen gehören, untersuchen Astronomen ihre Bewegung und messen ihre Entfernung von der Erde. Sterne, die zu demselben Haufen gehören, bewegen sich in dieselbe Richtung. Und wenn Sterne, die nah beieinander liegen, den gleichen Abstand zum Sonnensystem haben, ist es möglich, dass sie durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind. Auf diese Weise bilden sie einen offenen Sternhaufen. Offene Sternhaufen sind zwischen 6 und über 30 Lichtjahren groß, mit einer durchschnittlichen Größe von etwa 10 Lichtjahren. Die Sterne sind in variablen Mustern angeordnet, ohne eine bestimmte Form zu repräsentieren. Sie werden nach ihrer Konzentration, ihrer Gesamtzahl, ihrem Leuchtkraftunterschied und ihren Winkelabmessungen klassifiziert, die von der tatsächlichen Größe des Haufens oder seiner Entfernung von der Erde abhängen. Unabhängig von ihrer Klasse bleiben alle Sterne, die zu demselben offenen Sternhaufen gehören, homogen. Da sie alle aus demselben Gasnebel entstanden sind, haben sie alle die gleiche ursprüngliche chemische Zusammensetzung. Astronomen vermuten auch, dass sie zur gleichen Zeit geboren wurden und daher das gleiche Alter haben. Sterne sind durch die Schwerkraft aneinander gebunden, aber da diese Bindung nicht sehr stark ist, lösen sich offene Haufen langsam auf. Die meisten offenen Sternhaufen bestehen aus jungen Sternen und befinden sich in den Spiralarmen der Milchstraße. Messier 4 ist der Kugelsternhaufen, der uns am nächsten ist. Ein Kugelsternhaufen ist eine Konzentration von mehreren hunderttausend Sternen innerhalb eines kleinen Radius von einigen zehn Lichtjahren. Heute sind 150 Kugelsternhaufen in einem riesigen Halo um unsere Galaxie bekannt. M4 ist mit einer Entfernung von 7200 Lichtjahren von der Erde der nächstgelegene von allen. Er hat eine geringe Konzentration an Sternen, nur 70.000 davon sind auf einer Kugel mit einem Durchmesser von 75 Lichtjahren verstreut. Seiner Metallizität zufolge ist M4 etwa 12,54 Milliarden Jahre alt. Die Eisenkonzentration der Sternhaufen im Halo der Milchstraße schwankt zwischen einem Hundertstel und einem Zehntel der Eisenkonzentration der Sonne. Daraus ergeben sich zwei Untergruppen. Relativ junge Haufen und alte Haufen. Messier 4 gehört zu der ersten Kategorie. M4 befindet sich auf dem Himmelsgewölbe westlich des roten Riesen Antares. Durch ein Fernglas erscheint er als diffuser, farbloser Ball. Durch ein Teleskop kann man in diesem gleichmäßig hellen Haufen zahlreiche Sterne erkennen. Im Jahr 2003 machten Astronomen mit dem Hubble-Weltraumteleskop eine unglaubliche Entdeckung in M4. Es war ein Exoplanet namens PSR b1620 bis 26b. Er umkreist einen weißen Zwerg und einen Pulsar. Man schätzt, dass er die 2,5-fache Masse des Jupiters hat und etwa 13 Milliarden Jahre alt ist. Dieser Exoplanet könnte sich am Rande des Kugelsternhaufens zur gleichen Zeit wie die anderen M4-Sterne gebildet haben. In diffusen Nebeln vermischen sich dunkle Staubwolken mit Gas und bilden bekannte Formen. So entsteht eine Lagune im Messier 8-Nebel und ein Kleeblatt im Messier 20-Nebel. Die Lagunen und Trifit-Nebel bieten ein großartiges Schauspiel und sind sehr fruchtbar. Astronomen haben junge Sterne in ihrem Embryonalstadium entdeckt. Beide Nebel befinden sich in der gleichen Entfernung von der Erde und sind sicherlich nur ein winziger Teil einer gigantischen Wolke aus Gas und Staub. Der Lagunennebel ist nachts bei guten Sichtverhältnissen mit bloßem Auge sichtbar. Er erscheint als diffuser Fleck. Er bildet ein attraktives Duo mit dem Trifit-Nebel etwas weiter nördlich, der als diffuser Schleier um 2 Sterne herum erscheint. Schauen wir ihn uns genauer an. Der Trifit-Nebel, auch Messier 20 genannt, liegt im Sternbild Schütze in einer Sternentstehungsregion im Zentaurearm der Milchstraße. Innerhalb des Nebels befindet sich ein offener Sternhaufen namens NGC 6514. Die dreilappige Anordnung von M20 hat ihm den Namen Kleeblattnebel eingebracht. Der Nebel enthält etwa 3100 Sterne, die bisher bekannt sind. Etwa 30 davon sind massereiche embryonale Sterne, während 120 neu gebildete Sterne sowohl in dunklen Korridoren als auch in leuchtenden Wolken verstreut sind. Der Trifit-Nebel ist als Emissionsnebel bekannt. Er wird von einem dunklen Nebel durchzogen, der ihm sein charakteristisches Aussehen verleiht. Am Sternenhimmel erscheint er als helle, leuchtende Scheibe mit einer zweiten Scheibe, die mehr oder weniger gleich groß, aber weniger hell ist. In der Mitte jeder Scheibe befindet sich ein Stern, von denen einer ein Dreifachstern ist. Der Trifit-Nebel befindet sich in einem besonders lichtreichen Bereich des Himmels und teilt sich das Rampenlicht mit dem Lagunennebel von Messier 8. Messier 8, auch bekannt als Lagunennebel, befindet sich im Sternbild Schütze. Er ist ein diffuser Nebel, in dem viele junge Sterne geboren werden. Diese riesige Wolke aus Wasserstoff und Staub enthält einen Stern, der sie erhält. Neun Sagittarii Dieses Doppelsternsystem aus zwei blauen Riesen hat eine Umlaufzeit von 9,1 Jahren. Der Abstand zwischen den beiden Sternen schwankt zwischen 11 und 27 astronomischen Einheiten. Der Stern scheint 1250 Parsecs vom Nebel entfernt zu sein. M8 ist etwa 4100 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er enthält einen wunderschönen, offenen Sternhaufen, NGC 6530, mit jungen, heißen Sternen, die nur 2 Millionen Jahre alt sind. Man schätzt, dass der Haufen zwischen 50 und 100 Sterne mit durchschnittlicher Konzentration enthält, deren Helligkeit in einem mittleren Bereich liegt. Der Lagunennebel ist bei idealen Beobachtungsbedingungen dank seiner Helligkeit von 6 leicht mit bloßem Auge zu erkennen. Messier 57, auch bekannt als Lyra-Nebel, gilt als der repräsentativste aller planetarischen Nebel. Sie werden planetarische Nebel genannt, weil frühe Beobachter sie aufgrund ihrer kreisförmigen Form fälschlicherweise für Planeten hielten. In Wirklichkeit entstehen sie durch die Emission einer Gashülle von Sternen in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Sie sind, wie die prächtigen Kronen, die Sterne von ähnlicher Größe wie die Sonne umgeben, wenn sie verglühen. Im Zentrum von planetarischen Nebeln leuchtet der Kern des Sterns noch einige Zeit weiter und beleuchtet das Gas um ihn herum. Wegen seiner geringen Größe und seines hohen Wärmeinhalts nennt man ihn einen weißen Zwerg. Im Herzen des Lyra-Nebels erreicht er eine Temperatur von 100.000 Grad Celsius. M57 ist aufgrund seiner geringen Oberflächenhelligkeit und einer Helligkeit von 8,8 nicht leicht mit dem bloßen Auge zu erkennen. Er ist jedoch leicht zu finden. Halte einfach Ausschau nach dem Sommer-Dreieck, das aus Altair, Deneb und Vega besteht. M57 liegt dann zwischen den Sternen Beta und Gamma Lyrae. Die inneren Teile des Nebels haben einen blau-grünen Farbton, während die äußere Region des Rings eine rötliche Färbung aufweist. Die dreidimensionale Form des Rings ist nicht einfach zu extrapolieren. Er könnte sehr lang gestreckt und bipolar sein. Auf Langzeitaufnahmen sind Ausdehnungen zu erkennen, die weitaus größer sind als der Hauptring. Man nimmt an, dass sie das Ergebnis von Materieauswürfen des Sterns sind, die lange vor der Entstehung des Nebels selbst stattfanden. Im Sternbildaltar finden wir den zweitnächsten Kugelsternhaufen der Erde. NGC 6397, auch bekannt als Caldwell 86, enthält fast 400.000 Sterne. Er liegt 19.550 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Caldwell 86 ist ein alter Kugelsternhaufen, der relativ arm an Schwermetallen ist. Der Haufen enthält mehrere Sterntypen. Weiße Zwerge, massearme Sterne, rote Riesen, veränderliche Sterne und blaue Nachzügler. Es gibt zwei Kategorien von weißen Zwergen in dem Haufen. Solche, die hauptsächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen und solche, die hauptsächlich aus Helium bestehen. Letztere entstehen, wenn der Mutterstern in einem Sternsystem einem Materieaustausch unterworfen ist. Es gibt auch zwei Arten von roten Riesen in NGC 6397. Der eine Typ entstand in den frühen Tagen der Entstehung des Haufens und ist daher arm an Schwermetallen. Der andere Typ wurde aus Materialien gebildet, die durch Wasserstofffusion entstanden sind. Die Sterne sind daher reicher an Schwermetallen und wurden viel später geboren. Kaltwell 86 enthält auch zahlreiche veränderliche Sterne. Ihre Metallizität ist gering und ihre Periode schwankt zwischen 0,004 und zwei Tagen. Zu dieser Kategorie gehören auch die kataklysmischen Veränderlichen. Dabei handelt es sich um eine Art von Doppelstern, der aus einem weißen Primärstern und einem Begleiter besteht, der seine Masse auf ihn überträgt. Damit dieser Massentransfer die Lebensdauer des Sternsystems überdauert, muss der Begleiter seinen Lappen mit Gestein füllen. Dabei handelt es sich um einen tränenförmigen Lappen, in dem Materie enthalten ist und der durch die Schwerkraft an den Stern gebunden ist. Schließlich wurden noch ein paar blaue Nachzügler identifiziert. Ihre Oberflächentemperaturen liegen nahe bei 10.000 Grad Celsius. Im Jahr 2020 haben sich zwei Astronomen Gedanken über das mögliche Vorhandensein eines schwarzen Zwischenlochs gemacht. Es könnte sein, dass eine unsichtbare Komponente im Herzen von Kaltwell 86 verbleibt, mit einer Masse zwischen 1.000 und 2.000 Sonnenmassen. Dieselben Astronomen haben auch eine Hypothese entwickelt, die das Vorhandensein von etwa 60 stellaren schwarzen Löchern im Zentrum des Kugelsternhaufens vermutet. Tatsächlich enthält das Zentrum des Haufens unsichtbare Materie. Die geringe Größe dieser Materie lässt vermuten, dass es sich um Überreste massereicher Sterne handeln könnte, die langsam in Richtung Zentrum gewandert sind. Der 5.500 Lichtjahre von der Erde entfernte Messier 17, der auch als Omega-Nebel oder Schwanennebel bekannt ist, ist ein Emissionsnebel, der einen jungen, offenen Sternhaufen enthält, der erst eine Million Jahre alt ist. Der Nebel ist zwischen 30 und 34 Lichtjahren groß. Seine Gesamtmasse wird auf etwa 800 Sonnenmassen geschätzt. Seine wogenden Wolken am Himmelsgewölbe lassen vermuten, dass er aus riesigen Gasmengen besteht. Doch trotz seiner riesigen Ausdehnung ist die Masse des Nebels relativ bescheiden. Er ist eine der produktivsten Sternentstehungsstätten in der Milchstraße. Hier bilden sich Sterne mit einer sehr hohen Rate. In der Phase der Sternentstehung, die derzeit in den äußeren Regionen des Nebels stattfindet, entstehen etwa 1000 Sterne. Dieser junge Haufen wird von Staubwolken verdeckt, sodass die Astronomen ihre Beobachtungen im Infraroten machen mussten. Am Rande des Nebels wurden einige massereiche Sterne gesichtet. Ihre Massen reichen von 5 bis 20 Sonnenmassen. Messier 17 erscheint am Himmel als ein diffuses, kontrastreiches Objekt. Es ist direkt über der stellaren Verdichtung von Messier 24 zu sehen, die mit bloßem Auge im Sternbild Schütze deutlich zu erkennen ist. Mit einem Fernglas ist seine zentrale Region deutlich sichtbar, nicht weit entfernt von einem schönen, orangefarbenen Stern. Im Sternbild Sorbieski Schild liegt der reichste heute bekannte offene Sternhaufen. Das ist der Wildentenhaufen, auch bekannt als Messier 11. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass seine Sterne durch ein Teleskop betrachtet wie ein V angeordnet erscheinen. Im Jahr 1835 stellte sich Admiral Smith den Flug einer Wildente vor, als er dieses Objekt entdeckte. Der Sternhaufen besteht aus etwa 3000 Mitgliedern. Der Abstand zwischen den Sternen und dem Zentrum des Haufens ist zehnmal kleiner als der, der normalerweise in der Milchstraße beobachtet wird. Messier 11 ist so reichhaltig, dass die Astronomen unschlüssig sind, ob sie ihn einen außergewöhnlichen offenen Haufen oder einen gewöhnlichen Kugelsternhaufen nennen sollen. Angesichts des jungen Alters seiner Sterne, das zwischen 200 und 250 Millionen Jahren liegt, wurde der Status als außergewöhnlicher offener Sternhaufen beibehalten. Die Größe des Haufens wird auf zwischen 18 und 27 Lichtjahre geschätzt. Er liegt etwa 22.200 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Im Jahr 2007 befanden sich 82 veränderliche Sterne in dem Haufen. Der Wildentenhaufen ist mit bloßem Auge nur sehr schwer zu erkennen. Mit einem Fernglas erscheint er als heller Fleck im Sternbild Zorbieski-Schild. Seine dreieckige Form unterscheidet ihn von anderen Sternhaufen. Der gelb-orangefarbene Superriese, der hellste Stern des Haufens, ist mit einem Teleskop leicht zu erkennen. Der Kugelsternhaufen Messier 10 oder NGC 6254 liegt etwa 15.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt im Sternbild Ophiuchus. Es wird angenommen, dass der Haufen etwa 11,4 Milliarden Jahre alt ist. Messier 10 hat einen Durchmesser von etwa 83 Lichtjahren. Er enthält eine große Population von blauen Nachzüglern. Man nimmt an, dass sie sich in der Region, in der sie beobachtet wurden, vor 2 bis 5 Milliarden Jahren gebildet haben. Obwohl der Haufen als Ganzes eine Helligkeit von 6,6 hat, haben die hellsten Sterne eine Helligkeit von 13. Der Haufen ist sehr arm an veränderlichen Sternen, nur 40 sind bisher bekannt. Auf dem Himmelsgewölbe entspricht seine Größe etwa 2 Dritteln des Vollmonds und seine Helligkeit von 6,6 macht es einfach, ihn mit einem Fernglas zu beobachten. Er erscheint als ein ausgedehnter Fleck. 14.700 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt liegt M12 oder NGC 6218, ein Kugelsternhaufen im Sternbild Ophiuchus. Dieser Haufen ist dem früheren Messier 10 sehr ähnlich. Er befindet sich 2 Grad nördlich und 2 Grad westlich vom letzteren. Der Haufen ist etwa 12,6 Milliarden Jahre alt. Er enthält etwa 200.000 Sterne, von denen die hellsten die Helligkeit 12 haben. 13 veränderliche Sterne sind in dem Haufen zu finden. Seine scheinbare Helligkeit macht ihn fast mit bloßem Auge sichtbar, aber unter den richtigen Bedingungen ist er mit einem Fernglas leichter zu beobachten. Messier 16 ist ein offener Sternhaufen, der aus einer Wolke aus interstellarem Gas und Staub besteht. Die Wolke ist auch als stellare Kinderstube bekannt, da sie durch den Gravitationskollaps in einen Zyklus der Sternentstehung eingetreten ist. M16 ist von einer Gaswolke umgeben, die Igel Nebula genannt wird und als IC 4703 aufgeführt ist. Der Sternhaufen M16 ist erst 5,5 Millionen Jahre alt. Sein Sternentstehungsprozess ist also noch nicht abgeschlossen. Er enthält massive, heiße, junge Sterne. Seine Helligkeit beträgt minus 8,21. Der Sternhaufen M16 ist mit 7 Bogenminuten sehr klein, verglichen mit der Größe des Nebels von 30 Bogenminuten, zu dem er gehört. Trotzdem ist er einer der hellsten Sternhaufen überhaupt. Wenn es keine Lichtverschmutzung gibt, kann der Nebel mit einem Fernglas beobachtet werden und erscheint als diffuser Fleck. Ein Dutzend der Sterne des Haufens sind ebenfalls sichtbar. Der Krebsnebel, auch bekannt als M1, kann durch ein Fernglas oder ein kleines Teleskop als schöner grauer Fleck gesehen werden. Er hebt sich mitten im Winter vor dem stellaren Hintergrund der Milchstraße ab. Messier 1 ist der Überrest einer Sternexplosion, die im Jahr 1054 beobachtet wurde. Im Sommer 1054, während der Xing-Dynastie, entdeckten chinesische Astronomen einen Stern im Sternbild Stier, der plötzlich heller als die Venus geworden war. Er wurde als ein blau-roter Gaststern beschrieben. Die Supernova-Explosion wurde ab Juli 1054 beobachtet und dauerte etwa zwei Jahre lang an. Ab April 1056 nahm seine Leuchtkraft langsam ab. In Schriften der damaligen Zeit heißt es, dass sie mehr als drei Wochen lang am hellen Tag sichtbar war. Was die Astronomen damals sahen, war eine historische Supernova. Sie wurde SN 1054 genannt. Die Trümmer, die bei der Explosion ausgestoßen wurden, bildeten den Krebsnebel. Der Krebsnebel befindet sich im Sternbild Stier, etwa 6300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er hat einen Durchmesser von zehn Lichtjahren. Er ist das erste astronomische Objekt, das mit einer Supernova-Explosion in Verbindung gebracht wird. Im Zentrum des Nebels befindet sich ein Pulsar namens Krebspulsar. Er wurde 1967 entdeckt, obwohl es schon vor mehr als 25 Jahren zahlreiche Berichte über einen atypischen Stern im Krebsnebel gab. Der Krebspulsar strahlt etwa 200.000 Mal mehr Energie ab als die Sonne und dreht sich etwa 30 Mal pro Sekunde um sich selbst. Er ist der energiereichste Pulsar, der bisher bekannt ist. Der Pulsar erzeugt die zentrale Strahlung des Nebels. Er spielt daher eine wichtige Rolle für die Struktur des Nebels. Der Krebspulsar, auch bekannt als PSR B0531 plus 21, kann bei optischen, Radio-, Röntgen- und Gammastrahlenwellenlängen beobachtet werden, da die Strahlen, die er aussendet, während eines bestimmten Teils seines Umlaufs auf die Erde gerichtet sind. Seine Rotation nimmt um etwa 36,4 Nanosekunden pro Tag ab, was bedeutet, dass sich seine aktuelle Periode innerhalb von 75.000 Jahren um etwa eine Sekunde verlangsamen wird. Die verlorene Rotationsenergie wird in Strahlungsenergie umgewandelt, die den umgebenden Krebsnebel aufheizt. Das Material in seinem Zentrum verändert sich innerhalb weniger Wochen. Materiefäden mit einem Durchmesser von einem Lichtjahr bewegen sich mit halber Lichtgeschwindigkeit vom Pulsar weg. Sie werden von einem äquatorialen Wind erzeugt, der vom Pulsar ausgestrahlt wird. Sie werden abwechselnd heller und dunkler, während sie sich vom Pulsar wegbewegen und breiten sich im Hauptteil des Nebels aus. Die dynamischste Struktur im Zentrum sendet polare Jets aus, die in die umliegenden Materieauswürfe schießen. Dadurch entsteht eine Schockfront. Ihre Form und Position ändern sich dann schnell. Der Vorläuferstern ist der ursprüngliche Stern, der in einer Supernova explodiert ist. Nur weiße Zwerge und massereiche Sterne erzeugen Supernovas. Bei massereichen Sternen kollabiert der Kern des Sterns in sich selbst und wird in einem Eisenkern festgehalten. Was übrig bleibt, ist ein kompaktes Objekt, das die Form eines Pulsars annehmen kann. Bei der Supernova-Explosion eines weißen Zwergsterns entsteht kein Pulsar. Der Krebsnebel ist also aus einem massereichen Stern entstanden. Der Vorläuferstern hat eine Masse zwischen 8 und 12 Sonnenmassen. Im Sternbild des Einhorns, das östlich von Orion und unmittelbar nördlich des großen Hundes liegt, ist eines der schönsten Objekte der Rosettennebel, auch bekannt als NGC 2237-9. Dies ist eine Zone aus ionisiertem Wasserstoff, in deren Zentrum ein offener Haufen junger Sterne namens NGC 2244 liegt. Diese Sterne tragen dazu bei, die Wolke mit ultravioletter Strahlung zu beleuchten. Der Rosettennebel ist wie eine geschäftige Sternenfabrik. Der Rosettennebel liegt etwa 4700 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Er wurde 1865 von einem amerikanischen Astronomen namens Lewis Swift entdeckt. An seiner breitesten Stelle erstreckt sich der Nebel über 130 Lichtjahre. Seine Masse wird auf etwa das Zehntausendfache der Sonne geschätzt. Der Rosettennebel selbst ist in mehrere NGC-Objekte unterteilt. Sein westlicher Teil wird NGC 2237 genannt. Eine erste Emissionsregion des Nebels wird NGC 2246 genannt. Eine weitere Region heißt NGC 2238 und schließlich NGC 2244, die einen sehr jungen, offenen Sternhaufen innerhalb des Nebels darstellt. Offene Sternhaufen sind die am besten erkennbaren Sternsysteme. Sie bestehen aus ein paar Dutzend bis ein paar Tausend Sternen. Diese Sterne sind wie Schwestern gleichen Alters, die aus derselben Wolke aus interstellarem Gas und Staub entstanden sind. Ihre Massen variieren jedoch stark, was auf die Inhomogenität des ursprünglichen Nebels und die Einflüsse auf ihre Entstehung zurückzuführen ist. Offene Haufen bleiben oft mit den Wolken verbunden, aus denen sie entstanden sind. Da sie das Zentrum der Galaxie umkreisen, verlieren sie im Laufe von hunderten Millionen Jahren ihre Mitglieder und behalten daher ihre Sterne nicht lange bei. Offene Sternhaufen sind in der Zeit nicht statisch. Sie verändern sich physisch und die Sterne altern und sterben. Man schätzt, dass NGC 2244 etwa acht Millionen Jahre alt ist. Die ultraviolette Strahlung der Sterne in ihm ionisiert den Wasserstoff des Nebels und färbt ihn rot. In klaren, dunklen Nächten ist der Rosettenhaufen mit bloßem Auge als kleiner grauer Fleck in der Mitte der winterlichen Milchstraße zu erkennen. Mit einem Fernglas ist der Haufen mit einem halben Dutzend heller Sterne zu erkennen. Der Rosettennebel umgibt den Sternhaufen mit einem schwachen, diffusen Ring. Er kann durch ein Teleskop gesehen werden. Es braucht nur eine kleine Gravitationsstörung, damit eine Gas- und Staubwolke irgendwo kollabiert und hunderte von heißen Kugeln bildet. Wenn Sie eine ausreichend hohe Temperatur erreichen, lösen Sie in Ihrem Kern Kernreaktionen aus und beginnen zu leuchten. Auf diese Weise entstehen Sterne in Nebeln. Diese Gruppe von Sternen werden offene Sternhaufen genannt. Sobald sie gezündet sind, bestrahlen die jungen Sterne den Nebel und bringen ihn zum Glühen. Ihr Atem ist jedoch so stark, dass sie ein Vakuum um sich herum erzeugen. So höhlen die stellaren Winde den Nebel aus. In ein paar Millionen Jahren wird sich der Rosettennebel vollständig im Kosmos auflösen, aber der Haufen wird immer noch da sein. Der Sternhaufen NGC 2244 misst an seiner breitesten Stelle 33 Lichtjahre. Er enthält mehrere Sterne vom O-Typ, sehr heiße Sterne, die starke Strahlung und Sternwinde erzeugen. Die hellsten Sterne sind HD 46223 und HD 46150. Beide sind zwischen 50 und 60 mal massereicher als die Sonne und zwischen 400.000 und 450.000 mal heller als sie. NGC 2264 befindet sich im Sternbild Einhorn und ist ein recht junger, offener Sternhaufen, der auf ein Alter von 9 Millionen Jahren geschätzt wird. Er liegt etwa 2080 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Mit einer maximalen Größe von 24,2 Lichtjahren weist der Haufen eine Reihe von Nebeln auf. Emissionsnebel, Reflexionsnebel und Dunkelnebel. Einer der bekanntesten ist der diffuse Kohnnebel. Wie andere Nebel sind auch diffuse Nebel, Wolken aus interstellarer Materie, die aus Gas und Staub bestehen, aber sie zeichnen sich durch ihre leuchtende Emission aus. Der Kegelnebel hat die Form eines Dreiecks am unteren Ende des Nebels. Er enthält einen hellen Stern in seinem Zentrum, 15 Monocerotis. Dabei handelt es sich um ein Vierfachsternsystem, das aus vier hellen, blau-weißen Sternen besteht. Diesem Sternsystem verdankt der Nebel seine Leuchtkraft. Messier 92, auch bekannt als NGC 6341, ist ein Kugelsternhaufen, der etwa 31.310 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist. Er befindet sich im Sternbild Herkules. Sein Alter wird auf etwa 13 Milliarden Jahre geschätzt. Seine Masse entspricht etwa 330.000 Sonnenmassen und sein Durchmesser misst 109.000 Lichtjahre. Es ist ein relativ alter und reicher Sternhaufen. In M92 wurden etwa 15 veränderliche Sterne entdeckt. Ihn von der Erde aus zu beobachten, ist eine knifflige Angelegenheit. Mit einem Fernglas sieht er aus wie ein diffuser, weißlicher Fleck. Um ihn bei guten Sichtverhältnissen besser erkennen zu können, brauchst du ein Teleskop. Messier 13 ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules, auch bekannt als Großer Herkuleshaufen oder NGC 6205. Er ist eines der größten Objekte im Messier-Katalog und befindet sich 28.400 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Bezogen auf seine Metallizität wird sein Alter auf etwa 11,65 Milliarden Jahre geschätzt. Im Zentrum von Kugelsternhaufen sind die Sterne zehnmal dichter gepackt als im Durchschnitt anderer Galaxien. Deshalb können sie miteinander kollidieren. In den 1920er Jahren erstellte der amerikanische Astronom Harlow Shapley eine Klassifizierung der Kugelsternhaufen von 1 bis 12, die von den kompaktesten bis zu den am weitesten verstreuten reicht. M13 wird als Fünfhaufen klassifiziert und ist einer der kompakteren Haufen, der fast 100.000 Sterne in einer Sphäre von 145 Lichtjahren zusammenfasst. Mehr als 100.000 Sterne sind im großen Herkuleshaufen beheimatet. Im Zentrum ist die Dichte 100 Mal größer als in der Region um unser Sonnensystem. Wenn die Sterne zusammenstoßen, entsteht ein massereicher junger Stern, ein sogenannter blauer Nachzügler. Der hellste Stern ist ein veränderlicher roter Riese mit einer Helligkeit von 11,95. Bis heute wurden 64 veränderliche Sterne im großen Herkuleshaufen entdeckt. Messier 13 befindet sich an der Grenze der Sichtbarkeit für das bloße Auge. Mit einem Fernglas ist er jedoch sehr gut zu beobachten. Er sieht aus wie ein verschwommener Stern, der von zwei Sternen umgeben ist, die nicht ganz den gleichen Farbton haben. Durch Teleskope ist der riesige, reiche Sternhaufen wunderbar zu beobachten. Wir haben die Region erreicht, die am weitesten vom galaktischen Zentrum entfernt ist. Messier 80, auch bekannt als NGC 6093, ist ein Kugelsternhaufen im Sternbild Skorpion. Er liegt fast 33.000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Von den 147 referenzierten Kugelsternhaufen in der Milchstraße ist M80 einer der dichtesten. Er besteht hauptsächlich aus älteren Sternen mit einem Durchschnittsalter von etwa 13 Milliarden Jahren. Diese Hunderttausende von Sternen werden durch die Schwerkraft zusammengehalten. Im Herzen des Haufens befindet sich eine beeindruckende Anzahl von blauen Nachzüglern. Blaue Nachzüglern sind Sterne, die sich im Sternhaufen mit alten Sternen verstecken und jung erscheinen. Das jugendliche Aussehen der Sterne wird dadurch erklärt, dass ein Stern Materie von einem anderen riesigen Begleitstern anzieht, der sich dann allmählich in einen weißen Zwerg verwandelt. Blaue Nachzügler können mit Vampirsternen verglichen werden. Das zeigt, dass es im Kern von M80 zu Sternkollisionen und Verschmelzungen kommt. Im Jahr 1860 wurde ein Stern plötzlich sehr hell und erhöhte seine Helligkeit von 7,5 auf 6,8 Magnituden. Diese Helligkeit hielt ein paar Tage an, danach kehrte der Stern zu seiner ursprünglichen Helligkeit zurück. Dies war die Nova T Scorpii. Lambda Scorpii, auch bekannt als Schaula, befindet sich im Sternbild Skorpion. Er ist ein blauer Überriese und einer der hellsten Sterne in der Milchstraße. M14, auch bekannt als NGC 6402, ist ein Kugelsternhaufen, der etwa 13.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist. Er hat eine Ausdehnung von etwa 100 Lichtjahren. Er enthält 150.000 Sterne. Die 25 hellsten Sterne des Haufens haben eine scheinbare Helligkeit von 15,44 und der hellste Stern hat eine Helligkeit von 14. M14 ist ein relativ alter, metallhaltiger Sternhaufen. Aufgrund seiner Entfernung zu uns ist er schwer als Stern zu beobachten und hat ein milchiges, galaxienähnliches Aussehen. Paloma 1 ist ein Kugelsternhaufen, der die erste Entdeckung von George Abel am Paloma Mountain Observatory des Caltech war. Obwohl er keine Zwerggalaxie ist, hat er die gleiche Entwicklungsgeschichte wie die Zwerggalaxie Sagittarius. Der gelbe Hyperriese, Rode Cassiope, befindet sich im Sternbild Cassiopeia und ist 3420 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist einer von nur 12 bekannten Hyperriesensternen in der Milchstraße, was ihn zu einem extrem seltenen Objekt macht. Sein Durchmesser ist mit rund 626.707.800 Kilometern 450 Mal größer als der der Sonne. Außerdem leuchtet er eine Millionen Mal heller als unser Stern und regelmäßige Materieauswürfe machen ihn noch heller. Er ist einer der wenigen Sterne, die man ohne Teleskop sehen kann, auch wenn er weit von uns entfernt ist. Rode Cassiopeia hat eine Helligkeit von 4,5 und kann mit bloßem Auge bei klarem dunklen Himmel nicht weit von dem anderen hellen Stern, Beta de Cassiopeia, gesehen werden. Im Himmelspanorama mögen Sterne relativ isoliert voneinander erscheinen. Aber in Wirklichkeit sind sie keine Einzelkörper, sondern schließen sich zu Verbänden und Haufen unterschiedlicher Dichte zusammen. In einigen Fällen sind sie viel enger miteinander verbunden und bilden Paare, die als Doppelsterne oder Doppelsternsysteme bekannt sind und bei denen die Entwicklung des einen Sterns die des anderen beeinflusst. Bei den meisten Doppelsternsystemen bleibt der Abstand zwischen den Sternen groß. Die Umlaufzeiten des einen Sterns um den anderen betragen meist mehr als 100 Jahre. Die Entdeckung von Doppelsternen war eine der ersten, die mit Teleskopen gemacht wurde. Der Stern Mica, der sich im großen Wagen befindet, war der erste, der als solcher identifiziert wurde. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuteten sofort, dass Mica angesichts der großen Anzahl von Sternen im Universum kein Einzelfall sein konnte. In den 1780er Jahren wurde ein Katalog veröffentlicht, der die Beobachtung von fast 700 Doppelsternen enthielt. Das größte Problem in der Anfangszeit der Entdeckung war die Frage, ob die beobachteten Doppelsterne wirklich miteinander verwandt waren oder ob ihre Verbindung nur das Ergebnis der Perspektive war. Deshalb war es notwendig, die Entfernung zwischen einigen von ihnen mit der Parallaxenmethode zu messen. Die Wissenschaftler beobachteten, dass jeder Stern einem komplizierten, ellipsenförmigen Muster am Himmel folgte. Diese Ergebnisse bestätigten, dass die Doppelsterne physisch miteinander verbunden waren und ein Doppelsternsystem bildeten, denn nach den Gesetzen der Himmelsmechanik folgten zwei gravitationsgebundene Körper einer elliptischen Umlaufbahn. Doppelsterne werden in drei Hauptkategorien unterteilt. Es gibt visuelle Doppelsterne, fotometrische Doppelsterne und spektroskopische Doppelsterne. Diese Klassifizierung bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Sterne miteinander verbunden sind. Visuelle Doppelsterne werden so genannt, weil sie sich relativ zu einem anderen Stern bewegen, von dem man annimmt, dass es sich um seinen Begleiter handelt. Fotometrische Doppelsterne sind solche, die periodische Helligkeitsschwankungen aufweisen, die durch gegenseitige Verfinsterungen des einen Sterns gegenüber dem anderen entstehen. Sie werden auch als bedeckungsveränderliche bezeichnet. Spektroskopische Doppelsterne sind dank einer stellaren Spektroskopietechnik bekannt, die den Doppler-Effekt der Spektrallinien nutzt, um zu überprüfen, ob zwei Sterne in geringer Entfernung miteinander verwandt sind oder nicht. Der Doppler-Effekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem ein Beobachter, der sich in Bezug auf eine Quelle bewegt, die Wellen aussendet, eine scheinbare Änderung der Frequenz dieser Wellen wahrnimmt. Lass uns einige dieser Doppelsterne entdecken. Im Sternbild Skorpion, etwa 378 Lichtjahre von uns entfernt, befindet sich der Doppelstern AR Scorpi. Sein Hauptstern ist ein weißer Zwerg, etwa so groß wie unser Planet, aber 200.000 Mal massereicher. Sein Begleiter ist nicht sichtbar. Es muss sich um einen kleinen, kalten, roten Zwerg handeln, der mit dem Hauptstern um ihr gemeinsames Bari-Zentrum kreist. AR Scorpi zeichnet sich durch unerklärliche Lichtschwankungen aus. Als er zum ersten Mal untersucht wurde, wurde er fälschlicherweise als veränderlicher Stern eingestuft. Jede Minute nimmt sein optischer Lichtstrom in weniger als 30 Sekunden um den Faktor 4 zu, von einer scheinbaren Helligkeit von 16,9 auf 13,6. Beobachtungen von AR Scorpi seit den 1970er Jahren legen nahe, dass er zu einer Klasse von Sternen gehört, die als Intermediäre Polare bekannt sind. Zu dieser Klasse gehören drehende weiße Zwerge, die Material von einem zweiten, masseärmeren Begleitstern anziehen und in sich aufnehmen. Das Ergebnis ist eine Aggressionsscheibe. WR 104 befindet sich etwa 8.475 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schütze und ist ein Wolf-Rayet-Stern. Er wurde im Jahr 1998 entdeckt. Ein Wolf-Rayet-Stern ist definiert als ein heißer Stern mit einer Masse von mehreren zehn Sonnenmassen. Während einer kurzen Phase nach seiner Hauptreihe stößt ein Wolf-Rayet-Stern die Materie, die seinen Kern umgibt, in Form von sehr heftigen Sternwinden aus. Der Kern wird dann freigelegt und explodiert in einer Supernova. WR 104 ist ein Doppelstern, der von einem anderen Stern vom Typ OB begleitet wird. Seine Umlaufzeit beträgt etwa 240 Tage, was dem Sternwind eine Spiralform verleiht, die sich über 200 AE erstreckt. Jüngste optische Messungen der Rotationsachse von WR 104 deuten darauf hin, dass der Stern bei seiner Supernova-Explosion Materialstrahlen von seinen Polen sowie energiereiche Strahlung und sogar einen Gammastrahlenausbruch ausstoßen wird, der für die Erde aufgrund ihrer Nähe zum Stern gefährlich sein könnte. Die Explosion könnte sich innerhalb von 300.000 Jahren ereignen, sodass wir genug Zeit haben, diese Hypothese zu bestätigen. LL Pegasi ist ein veränderlicher Stern vom Mira-Typ, der 3900 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Veränderliche vom Mira-Typ zeichnen sich durch eine sehr rote Farbe, Leuchtkraftamplituden von mehr als einer Magnitude und Pulsationsperioden von mehr als 100 Tagen aus. Diese roten Riesen befinden sich in der letzten Phase ihrer Sternentwicklung. Innerhalb weniger Millionen Jahre werden sie ihrer äußere Hülle abstoßen, einen planetarischen Nebel bilden und zu weißen Zwergen werden. Dieses Doppelsternsystem enthält einen extremen Kohlenstoffstern. Diese Art von Stern entwickelt eine chemische Zusammensetzung, in der Kohlenstoff gegenüber Sauerstoff dominiert. Die beiden Sterne werden von der Staubwolke verdeckt, die von dem Kohlenstoffstern ausgestoßen wird, und können nur im Infrarotlicht beobachtet werden. LL Pegasi ist von einem spiralförmigen Nebel umgeben, der als protoplanetarischer Nebel angesehen wird. Er nimmt die ungewöhnliche Form einer archimedischen Spirale an, einer Kurve, die durch einen Punkt beschrieben wird, der sich gleichmäßig auf einer geraden Linie bewegt und sich gleichmäßig um einen Punkt dreht. Diese Form könnte auf die Wechselwirkung zwischen dem stellaren Begleiter und dem Kohlenstoffhaltigen Stern zurückzuführen sein. Etat Carine ist ein Sternsystem, das aus mindestens zwei Sternen besteht. Es ist unter seinem französischen Namen Etat de la Carine bekannt. Er ist unglaublich hell, mehr als fünf Millionen Mal heller als die Sonne. Etat Carine befindet sich 7500 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Carine in unserer eigenen Milchstraße. Sie ist nur 2,5 Millionen Jahre alt. Die beiden Komponenten Etat Carine A und B sind schwer zu beobachten, da sie von einem sehr dichten bipolaren Nebel umgeben sind. Dieser Nebel wird Homunculus genannt. Etat Carine B kreist exzentrisch und vollzieht eine Umdrehung in etwa 5,54 Jahren. Etat Carine A ist ein blauer, veränderlicher Hyperriesenstern. Astronomen schätzen seinen Durchmesser auf das 1150-fache der Sonne, was etwa 1,6 Milliarden Kilometern entspricht. Seine Oberflächentemperatur erreicht 40.000 Grad Celsius. Mit einer Helligkeit von 4 ist Etat Carine an einem Himmel ohne Umweltverschmutzung leicht mit bloßem Auge zu erkennen. Aufgrund seiner Lage weit auf der südlichen Himmelshalbkugel ist er jedoch für europäische und die meisten nordamerikanischen Beobachter unsichtbar. Dennoch können Beobachter auf der Südhalbkugel, zum Beispiel in Neukaledonien oder auf Reunion, ihn leuchtend am Himmel aufsteigen sehen. Er scheint der hellste Stern im großen Carinanebel zu sein, der sich zwischen Canopus und dem Kreuz des Südens befindet. Durch ein Teleskop erscheint Etat Carine inmitten des Nebels deutlich orange. Etat Carine erlebte eine Explosion, die von der Erde aus erst vor 150 Jahren zu sehen war. Die Folge war die Bildung des gigantischen Nebels, der als Homunculus-Nebel bekannt ist. Er erreicht heute die Größe des Sonnensystems. Bis zum 17. Jahrhundert gab es keine zuverlässigen Aufzeichnungen über Etat Carine. Die erste genaue Beobachtung des Sterns wurde 1677 von Edmund Halley gemacht. Aber seine Position wurde lediglich im Verhältnis zu einem anderen Stern im Sternbild Karls Eicher angegeben. Der Wissenschaftler gab bei ihm eine scheinbare Helligkeit von 4 an, was auf der modernen Skala 3,3 entspricht. Während eines Großteils des 17. Jahrhunderts wurde Etat Carine nicht durch seine Helligkeit unterschieden. Im Jahr 1827 beobachtete William Birchel die ungewöhnliche Helligkeit des Sterns. Er fragte sich, ob die Helligkeit des Sterns möglicherweise schwankt. Zur gleichen Zeit führte der britische Astrodom John Herschel von Südafrika aus eine Reihe von präzisen Messungen durch und wies nach, dass Etat Carine konstant mit einer Helligkeit von etwa 1,4 leuchtet. Doch eines Abends, Ende 1837, stellte er zu seiner Überraschung fest, dass der Stern heller war als Riegel. Dies war der Beginn einer Periode, die als große Eruption bekannt wurde und fast 18 Jahre lang andauern sollte. Im Jahr 1838 erreichte Etat Carine die Leuchtkraft von Alpha Centauri. Diese nahm in den folgenden drei Monaten wieder ab. In den folgenden Jahren wurde beobachtet, dass die Helligkeit des Sterns regelmäßig anstieg und abnahm. Im Jahr 1895 sank die Helligkeit von Etat Carine auf 7,5 Magnituden. Es wird vermutet, dass die Helligkeit des Sterns auf das Gas oder den Staub zurückzuführen ist, die während der großen Eruption ausgestoßen wurden. Die Helligkeitsschwankungen, die während der Eruption beobachtet wurden, ähneln eher dem Verhalten einer Supernova als dem eines massereichen Sterns, der seine Schichten vor dem Sterben freisetzt. Trotz der Kraft der Explosion hat der Stern jedoch überlebt. Die Explosion ermöglichte es ihm, seine äußeren Schichten abzustoßen, aber sie reichte nicht aus, um Etat Carine vollständig zu vernichten. Nach Ansicht einiger Astronomen lässt sich dieses Phänomen dadurch erklären, dass die Eruption eigentlich die Verschmelzung zweier Sterne war. In einer 2018 veröffentlichten Studie wurde ein Szenario vorgeschlagen, das die während der Eruption von Etat Carine beobachteten Ereignisse erklären könnte. Ursprünglich könnte es sich um ein Dreifachsystem handeln, das aus einem engen Doppelsternsystem, Etat Carine A und B besteht, um das ein drittes Mitglied, Etat Carine C, gravitiert. Diese drei Komponenten würden dann vielfältige Wechselwirkungen eingehen. Als der größte Stern des Systems, Etat Carine A, das Ende seines Lebens erreichte, dehnte er sich aus und verlor einen Teil seiner Atmosphäre an seinen Begleiter, Etat Carine B. Es kam zu einem Massentransfer zwischen Etat Carine A und Etat Carine B. Durch den Massentransfer zwischen Etat Carine A und Etat Carine B wurde das Gravitationsgleichgewicht des Systems gestört. Etat Carine A entfernte sich von B, das viel massereicher wurde. Während er sich entfernte, begann Etat Carine A mit einem dritten Stern, Etat Carine C, der weiter vom System entfernt war, gravitativ zu interagieren. Während sich A immer weiter vom System entfernte, änderte C seine Flugbahn und bewegte sich näher zur Etat Carine B. Schließlich verschmolz er mit diesem Stern. Schließlich verschmolz er mit Etat Carine B, was zu einem außergewöhnlichen Materieauswurf führte. Zu Beginn der Verschmelzung von Etat Carine C und B war die projizierte Materie sehr dicht. Sie dehnte sich nur langsam aus. Im Moment der Verschmelzung kam es zu einer gewaltigen Explosion. Dadurch entstanden die bipolaren Lappen des Homunculus Nebels, die auch heute noch vorhanden sind. Dieses Material holte die sich langsam bewegenden Projektile ein und schob sie vor sich her, wodurch die Umgebung aufgeheizt wurde. Dies war die Hauptlichtquelle während der großen Eruption, die von Astronomen ab 1837 beobachtet wurde. Während Etat Carine B und C verschmelzen, bewegt sich Etat Carine A weiterhin auf seiner elliptischen Bahn. Er kreuzt alle 5,5 Jahre die äußeren Schichten von B und erzeugt dabei Schockwellen, die zu Röntgenemissionen führen. Die erhöhte Helligkeit von Etat Carine ist wahrscheinlich auf die Auflösung der Staubwolke in unserer Sichtlinie zurückzuführen. Diese Wolke umgibt den Stern und seine Winde vollständig. Das Licht, das der Stern in Richtung Erde abstrahlt, wird verdeckt. Was Homunculus betrifft, so kann er beobachtet werden, weil er 200 mal größer ist als die Staubwolke. Laut den Wissenschaftlern wird sich die Staubwolke um das Jahr 2032 herum vollständig aufgelöst haben und die stabile Helligkeit des Zentralsterns freigeben. Dann wird es möglich sein, Etat Carine genau zu untersuchen. Das spektroskopische Vier-Komponenten-Binärsystem von KIC 7177553 ist eine besonders interessante und komplexe Struktur. Bei der Untersuchung des Systems mit dem Kepler-Weltraumteleskop wurden zwei Doppelsterne entdeckt, die in einer hierarchischen Struktur umeinander kreisen, wobei eines der beiden Systeme ein bedeckungsveränderlicher ist. Die beiden Doppelsterne haben jeweils eine Aggressionsscheibe, die ihrerseits von einer äußeren Aggressionsscheibe umgeben sind. Die Astronomen interessierten sich für dieses Sternensystem, weil eine Untersuchung einer der Finsternisse Schwankungen im Finsterniszeitpunkt mit einer Amplitude von etwa 100 Sekunden und einer Periode von 529 Tagen ergab. Dieses Phänomen deutet darauf hin, dass sich ein Exoplanet auf einer exzentrischen Umlaufbahn um dieses System entwickelt, was eine großartige Gelegenheit wäre, um zu untersuchen, wie sich Planeten in hierarchischen Systemen bilden und entwickeln. Das Wiesepaar 2150-7520AB ist ein großer Doppelstern. Seine beiden Mitglieder sind durch eine große Entfernung voneinander getrennt. Dieses seltsame Doppelsternsystem befindet sich in 78,9 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Oktant und besteht aus zwei braunen Zwergen. Sie sind 341 astronomische Einheiten voneinander entfernt, was der achtfachen Entfernung des Pluto von der Sonne entspricht. Das System könnte zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Jahre alt sein. Vor dieser Entdeckung glaubten die Astronomen nicht, dass ein solches System aufgrund der Wechselwirkungen in der Galaxie über Milliarden von Jahren über eine so große Entfernung verbunden bleiben könnte. Ceta Ursee Majoris, im Französischen mit Ceta des großen Wagens übersetzt, ist ein Mehrfachstern im Sternbild des großen Wagens, der zweite Stern vom Ende des Wagens. Sein traditioneller Name ist Mica. Mica ist der Stern in der Mitte des Pfannenstiels. Um ihn mit bloßem Auge zu erkennen, brauchst du eine gute Sehkraft. Mit einem Fernglas ist er jedoch leicht zu sehen. Mit einem Teleskop mit höherer Vergrößerung wird er zu einem prächtigen Paar dicht beieinander stehender weißer Sterne. Der Abstand zwischen diesen beiden Sternen entspricht dem 381-fachen der Entfernung von der Erde zur Sonne. Seine scheinbare Helligkeit beträgt etwa 2,2. Mica war der erste teleskopische Doppelgänger, der entdeckt wurde. Er besteht aus Mica A und Mica B. Letzterer, der Nebenstern, hat eine Helligkeit von 4,0 und liegt 381 astronomische Einheiten von Mica A entfernt. Es dauert Tausende von Jahren, bis sie einander umkreisen. Mica wird von einem Stern namens Alcor begleitet, der mit bloßem Auge schwach sichtbar ist. Er ist auch als 80 Ursee Majoris bekannt und hat eine Helligkeit von 3,99. Die Paarung von Mica und Alcor wurde kürzlich als echter Doppelstern anerkannt. Sie tragen auch den Spitznamen Pferd und Reiter. Sie sind zwar mehr als ein Viertel Lichtjahr voneinander entfernt, aber ihre individuellen Bewegungen beweisen, dass sie sich gemeinsam bewegen. 61 Cygni, auch als Besselstern bekannt, ist ein System aus zwei orangen Zwergsternen der Spektralklasse K, die vom Typ her mit der Sonne vergleichbar sind und sich im Sternbild Cygni befinden. Er zeichnet sich durch seine ultraschnelle Eigenbewegung innerhalb unserer Galaxie aus. Mit einer Helligkeit von 5,2 ist er bei klarem Himmel leicht mit bloßem Auge zu sehen. Mit Hilfe eines kleinen Teleskops kann man seine beiden Komponenten leicht erkennen. Beide haben eine schöne orange-rote Farbe und fast den gleichen Spektraltyp. Ihr Helligkeitsunterschied erweckt den Eindruck, dass sie leicht unterschiedlich gefärbt sind. Das liegt daran, dass sie eine Magnitude voneinander entfernt sind. Der schwächere Stern erscheint in einem tieferen Rot als der hellere Stern. 61 Cygni ist nicht nur ein prächtiges Doppelsternsystem, sondern gilt auch als der Stern mit der größten historischen Bedeutung. Er war der allererste Stern, dessen Entfernung mit der Parallaxen-Methode bestimmt wurde. Im Jahr 1806 bemerkte der Astronom Giuseppe Piazzi, dass sich dieser Stern schnell über den Himmel bewegte, was darauf schließen ließ, dass er der Erde ziemlich nah sein musste. Die Astronomen untersuchten daraufhin, ob der Stern eine leichte Hin- und Herbewegung hat. Diese Pendelbewegung über einen Zeitraum von einem Jahr wird durch die Rotation der Erde um die Sonne erwartet. Wenn wir dem Phänomen der Parallaxe folgen, müssen nahegelegene Sterne ihre Position relativ zu weiter entfernten Sternen verändern, während die Erde ihre Umlaufbahn durchläuft. Einige Jahre später, im Jahr 1838, gelang dem Astronomen Frederic Bessel eine genaue Messung der Bewegung des Schwans im Laufe eines Jahres. Zum ersten Mal konnte er die Entfernung zu einem Stern schätzen. Der Wert, den er damals ermittelte, 10,5 Lichtjahre, lag sehr nah an dem aktuell gemessenen Wert von 11,4 Lichtjahren. Diese Entdeckung bestätigte die damals völlig unerwartete Tiefe des Universums – 100.000 Milliarden Kilometer. 70 of Yuki ist ein Doppelstern im Sternbild of Yuki, etwa 17 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist dafür bekannt, eine der kürzesten Perioden zu haben. Tatsächlich dauert es nur 83 Jahre, bis seine beiden Gliedmaßen einander umkreisen. Die Schleife ist so schnell, weil die beiden Objekte relativ nah beieinander liegen. Ihre Umlaufzeit liegt nur wenige Jahre unter der des Uranus um die Sonne. Das bedeutet, dass die durchschnittliche Entfernung zwischen den beiden Gliedern nur etwa 3 Milliarden Kilometer beträgt. Die Nähe von 70 of Yuki zur Erde bedeutet, dass wir die beiden Komponenten trotz ihrer räumlichen Nähe leicht unterscheiden können. Der Hauptstern des Paares, 70 of Yuki A, ist ein gelb-oranger Zwerg von der Größe der Sonne. Der Nebenstern, 70 of Yuki B, ist ein orangefarbener Zwerg, der viel weniger massereich und leuchtstark ist als sein Begleiter. Die Umlaufbahn von 70 of Yuki B ist exzentrisch. An seiner engsten Stelle kann er bis auf 11,4 astronomische Einheiten an 70 of Yuki A vorbeiziehen. An seiner weitesten Stelle sind es 34,8 astronomische Einheiten. Ihr nächster maximaler Abstand wird im Jahr 2024 erreicht. Von der Erde aus gesehen ist dieser Doppelstern spektakulär. Leicht zu trennen und sehr farbenfroh. Die gelben und orangenen Töne sind bereits durch ein 60 mm Teleskop zu erkennen. Die Farben des Paares erinnern an die von 61 des Schwans. Dieses Mehrfachsternsystem befindet sich im Sternbild Lyra, etwa 162 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Epsilon de la Lyre ist ein außergewöhnlicher Stern, der aus einem Paar von Doppelsternen mit den Namen Epsilon 1 und Epsilon 2 besteht und manchmal auch den Spitznamen Doppel-Doppel trägt. Die Kepler'schen Gesetze besagen, dass sich die Sterne umso schneller um ihren gemeinsamen Schwerpunkt drehen, je näher sie sich sind. Epsilon 1 und Epsilon 2 sind jedoch durch einen Abgrund getrennt, der schätzungsweise das Zehntausendfache der Entfernung von der Erde zur Sonne beträgt, sodass sie einander nur sehr langsam umkreisen. Ihre Umlaufzeit wird auf Hunderttausende von Jahren geschätzt. Das Doppelsternsystem Epsilon 1 hat eine Rotationsperiode von etwa 600 Jahren. Epsilon 2 hat eine doppelt so lange Rotationsperiode. Die Sterne in Epsilon 1 haben eine Helligkeit von 5,02 bzw. 6,02 und die in Epsilon 2 eine Helligkeit von 5,14 bzw. 5,37. Epsilon 1 und Epsilon 2 bilden einen wunderschönen Doppelstern im Fernglas oder sogar mit bloßem Auge. Die beiden Doppelsternsysteme sehen sich sehr ähnlich, sind aber senkrecht zueinander ausgerichtet. Aufgrund des jungen Alters der Sterne, die dieses Doppel-Doppel bilden, erscheinen sie in Teleskopen sehr weiß. Bei der Beobachtung mit einem Instrument, das stärker ist als ein Fernglas, spaltet sich jede der beiden Komponenten und jedes System erscheint als zwei Doppelsterne. Sirius ist ein Doppelsternsystem, das aus einem Hauptreihenstern und einem dazugehörigen weißen Zwerg besteht. Er ist auch als Alpha Canis Maiores bekannt und liegt im Sternbild des großen Hundes, wo er der Hauptstern ist. Von der Erde aus gesehen ist Sirius nach der Sonne der hellste Stern am Himmel. Er ist ein weißer Stern, der 8,6 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Seine Nähe und Leuchtkraft machen ihn zu einem der begehrtesten Studienobjekte für Astronomen. Von unseren gemäßigten nördlichen Breiten aus ist Sirius in Winternächten tief über dem südlichen Horizont zu sehen und schimmert in einem herrlichen, stahlweißen Licht. Er leuchtet in der Regel mit Turbulenzen und kann in manchen Nächten schillernde Blitze zeigen. Sein kleiner Begleiter, der 10.000 Mal weniger hell ist als der Hauptstern, ist in Teleskopen viel diskreter. Aufgrund seiner relativen Nähe zur Sonne hat Sirius eine eigene Bewegung, was bedeutet, dass sich seine Position auf der Himmelskugel schneller ändert als die viele andere Sterne. Sirius ist ein Doppelstern, der aus zwei Teilen besteht, Sirius A und Sirius B. Sirius A, ein weißer Hauptreihenstern, ist derjenige, den wir mit dem bloßen Auge beobachten können. Seine Masse beträgt 2,12 Sonnenmassen. Man schätzt, dass er etwa 250 Millionen Jahre alt ist. Die chemische Zusammensetzung von Sirius A ist sehr eisenhaltig, dreimal so viel wie die der Sonne. Seine Oberfläche hat ein schwaches Magnetfeld. Sirius A hat Gesellschaft von Sirius B, einem weißen Zwerg, der mit einer Periode von etwa 49,9 Jahren umkreist. Seine Masse beträgt 1,03 Sonnenmassen. Der Abstand zwischen Sirius A und Sirius B schwankt zwischen 8,1 und 31,5 astronomischen Einheiten, mit einem durchschnittlichen Abstand von 19,5 astronomischen Einheiten. Die Umlaufbahn Ihres Systems ist besonders elliptisch. Obwohl der Winkelabstand zwischen Sirius A und Sirius B groß genug ist, um beide Mitglieder zu beobachten, wird dies durch den Helligkeitskontrast zwischen den beiden beeinträchtigt. Sirius B hat eine viel geringere Helligkeit als Sirius A. Er ist wärmer und kleiner, mit einem Durchmesser vergleichbar mit dem der Erde. Die Anwesenheit von Sirius B wurde dank der Untersuchung der Eigenbewegung von Sirius A erforscht. Da Sirius B bereits ein weißer Zwerg war, muss er ursprünglich massereicher als Sirius A gewesen sein, mit einer Masse von mindestens sechs Sonnenmassen. Durch ein stellares Windphänomen verlor Sirius B einen Großteil seiner Masse, sodass er heute der masseärmste Stern im System ist. Epsilon Aurigée ist ein verfinsternder Doppelstern im Sternbild Cochet. Er ist auch unter dem traditionellen Namen Haldus, Almas und Al-Anz bekannt. Er liegt etwa 2000 Lichtjahre entfernt. Seine Helligkeit schwankt zwischen 3,0 und 3,8 Magnituden über einen Zeitraum von etwas mehr als 27 Jahren. Es ist nicht leicht, ihn am Himmel zu entdecken. Er ist im Winter auf der Nordhalbkugel zusammen mit dem hellen, gelben Stern Capella sichtbar. Er bildet die Spitze des gleichschenkligen Dreiecks, das die Nase des Sternbilds Cochet darstellt. Ein verfinsterndes Doppelsternsystem ist ein Doppelstern, bei dem die Rotationsebene beider Sterne in der Sichtlinie des Beobachters liegt. Die beiden Mitglieder verfinstern sich daher regelmäßig gegenseitig. Bedeckungsveränderliche Doppelsterne sind veränderliche Sterne, da sie sich gegenseitig verdunkeln. Der sichtbare Stern des Paares ist ein Überriese vom Spektraltyp A9-1a, einer der hellsten Sterne im Umkreis von 1000 Parsec von der Sonne. Sein Durchmesser entspricht etwa 100 Sonnendurchmessern. Das andere Mitglied des Paares, das sich verfinstert, ist nicht zu sehen. Das Phänomen, das bei einer Verfinsterung beobachtet wird, ist, dass die Verdunkelung des ersten Sterns durch den Begleiter schnell abnimmt. Es ist, als bliebe ein Loch im Letzteren zurück. Astronomen studieren diesen mysteriösen Stern seit dem 19. Jahrhundert. Eine Sonnenfinsternis in den Jahren 2009 und 2010 ermöglichte es einem Team von Wissenschaftlern, Epsilon Aurigée mit einem kalifornischen Interferometer zu untersuchen. Die Finsternis begann im August 2009 und erreichte Ende Dezember des selben Jahres ihren Höhepunkt. Sie dauerte das ganze Jahr 2010 an, bis der Stern 2011 wieder zu normaler Helligkeit zurückkehrte. Die Bilder zeigen eine Staubscheibe mit einem Durchmesser von 1,5 Milliarden Kilometern, was der Entfernung zwischen Saturn und Sonne entspricht und einer Dicke von 75 Millionen Kilometern. Sie enthielt einen kleinen, massereichen Stern. Diese Entdeckung bestätigte eine Hypothese, nach der Epsilon Aurigée ein atypisches Doppelsternsystem ist. Dabei handelt es sich um die Kombination eines großen, massearmen Sterns, der sich dem Ende seines Lebens nähert und gelegentlich von einem Stern verfinstert wird, der selbst von dieser großen Staubscheibe umhüllt ist. Dieses Phänomen führt zu Verfinsterungen, die 18 Monate dauern. Algol ist ein weiterer verfinsternder, veränderlicher Doppelstern wie Epsilon Aurigée. Er ist auch als Beta Perse bekannt. Algol befindet sich im Sternbild Perseus und hat eine Helligkeit von 2. Algol ist 92,8 Lichtjahre entfernt. Seine Eigenbewegung ist im Vergleich zu seiner Radialgeschwindigkeit sehr gering. Von der Erde aus ist er mit dem bloßen Auge gut sichtbar. Während einer Sonnenfinsternis nimmt seine Helligkeit innerhalb von 5 Stunden allmählich ab, bis er sein Helligkeitsminimum erreicht. In den darauf folgenden 5 Stunden gewinnt sie ihre ursprüngliche Helligkeit wieder zurück. Diese Helligkeitsveränderung kann man sehen, wenn man ihn mit dem Stern Almach oder Gamma Andromeda vergleicht, der normalerweise genauso hell ist wie er, aber während einer Sonnenfinsternis deutlich schwächer wird. Sein Charakter als veränderlicher Stern bedeutet, dass er seine Helligkeit alle 2 Tage und 21 Stunden langsam ändert, aber nicht aufgrund einer Größenänderung, wie es bei veränderlichen Sternen sehr oft der Fall ist. Im Jahr 1783 schlug ein Astronom eine Erklärung für dieses Phänomen der abnehmenden Leuchtkraft vor. Es wird durch eine Finsternis verursacht, die jedes Mal auftritt, wenn ein kleiner Begleiter vor dem Hauptstern vorbeizieht. So wurde Algol als ein sehr naher Doppelstern, ein sogenannter spektroskopischer Doppelstern entdeckt, dessen Bahnebene genau in unserer Sichtlinie liegt. Albireo, auch bekannt als Beta-Zygni, ist mit bloßem Auge leicht an der Spitze des Schwanenkreuzes im Sternbild Schwan zu erkennen. Selbst durch das kleinste Teleskop betrachtet, ist er ein starker Anwärter auf den Titel des schönsten Sterns am Himmel. Mit einer hohen Vergrößerung kannst Du die beiden Sterne, die in prächtigen Farben leuchten, leicht unterscheiden. Der hellere leuchtet gelb-orange, während der schwächere einen schönen, bläulichen Farbton hat. Dieses majestätische Aussehen hat ihm auch den Spitznamen Topaz und Zaphir eingebracht. Albireo ist der kontrastreichste Doppelstern, der Astronomie-Begeisterten zur Verfügung steht, und der fünfthellste Stern im Sternbild Cygnus. Das Albireo-Paar besteht aus zwei Sternen. Einem gelben Stern der Helligkeit 3,1, genannt Albireo A, und einem blauen Stern der Helligkeit 5,1, genannt Albireo B. Sie sind durch 34 Bogensekunden voneinander getrennt und somit auch mit kleinen Beobachtungsinstrumenten sichtbar. Nach vielen Jahren der Diskussion über die Natur dieses Paares wurde festgestellt, dass es sich um einen visuellen Doppelstern handelt. Ein visueller Doppelstern ist ein Paar nahe beieinander stehende Sterne am Himmel, die mit einem Beobachtungsinstrument wie einem Teleskop einzeln identifiziert werden können. Albireo A ist ein roter Riesenstern der Spektralklasse K3-2. Seine Temperatur erreicht 4200 Grad Celsius. Albireo B ist ein leicht veränderlicher blauer Stern. Er ist 190 Mal heller als die Sonne, hat eine Masse von 3,3 Sonnenmassen und eine Temperatur von 12.000 Grad Celsius. Seine Rotationsperiode beträgt weniger als 15 Stunden, was ihn zu einem schnell rotierenden Stern macht. Infolgedessen verliert er einen Teil seiner Masse und ist von einer Scheibe umgeben, die aus der gleichen ausgestoßenen Masse besteht. 1980 glaubten Astrophysiker, die Existenz eines weiteren Begleiters ganz in der Nähe von Albireo entdeckt zu haben. Dieser Begleiter, C genannt, befindet sich 46 astronomische Einheiten vom Primärstern entfernt. In diesem Sinne könnte es sich um ein Dreifachsystem handeln, aber diese Beobachtung wurde bisher nicht bestätigt. HR 6819, auch bekannt als QV-Tel, liegt im Sternbild-Teleskop über 1000 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Dieser Doppelstern besteht aus einem Stern vom Typ B mit Emissionslinien, der als veränderlicher Stern katalogisiert ist, und einem Stern vom Typ B3. Das Paar bildete sich vor etwa 50 Millionen Jahren. Lange Zeit glaubten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass die beiden Sterne ein stellares, schwarzes Loch umkreisen und ein Dreifachsystem bilden. Doch kürzlich haben neue Daten bestätigt, dass es sich um ein Doppelsternsystem handelt. Zwischen den beiden Sternen gibt es ein Phänomen, das als Stellara-Vampirismus bekannt ist, bei dem sich ein Stern von dem anderen ernährt. Der Riesenstern ist von einem Ring aus Gas umgeben, der durch die Anziehungskraft des kleineren Sterns entsteht, dem seine Atmosphäre entzogen wurde. R. Aquarii gehört zu einer Gruppe von seltsamen Doppelsternen, die als symbiotisch bekannt sind. Er liegt etwa 650 Lichtjahre von der Erde entfernt. Schon im 11. Jahrhundert wurden seine Helligkeitsausbrüche bemerkt. Der Begriff symbiotisch deutet auf eine besondere Art der Interaktion zwischen Sternen hin. Sie beinhaltet eine Übertragung von Materie. Diese stellaren Duos sind extrem selten. Sie bestehen aus einem kalten, roten Riesenstern und einem kleinen, heißen, kompakten Stern. Der Zwergstern nimmt die Atmosphäre des Riesensterns auf. Durch den Verlust von Materie entsteht ein Sternwind, der den Zwergstern umhüllt. Es entsteht eine Akkretionsscheibe, die bis zu 100.000 Grad heiß ist und bipolare Plasmastrahlen ausstoßen kann. Zu Beginn befindet sich der Doppelstern in einer ruhigen Gleichgewichtsphase, in der der Riesenstern über einen großen Teil des Spektrums Energie verliert. Sobald dieses Gleichgewicht gestört ist, tritt der Doppelstern in eine aktive Phase ein, in der Energie und Leuchtkraft stark schwanken und mehrere Größenordnungen erreichen. Der Stern kann bis zu 750 Mal heller werden als normal. R. Aquarii zeichnet sich durch einen Nebel aus, der durch mehrere große Eruptionen entstanden ist. Sein Hauptstern ist ein veränderlicher roter Riese vom Typ Mira mit einer effektiven Temperatur von 2600 Grad Celsius. Er wird von einem weißen Zwergstern mit einer effektiven Temperatur von 20.000 Grad Celsius begleitet. Ihre Umlaufzeit beträgt 44 Jahre. Dieser Riesenstern wird durch die oberen Schichten seiner Atmosphäre geschwächt, die zugunsten des Zwergsterns zu einem stellaren Wind werden. Dieses Gas entwickelt sich in der Äquator-Ebene und bildet außerdem eine sehr leuchtende Aggressionsscheibe, die manchmal von einem bipolaren Jet begleitet wird. Sobald der Zwergstern genug Gas angesammelt hat, explodiert er in einer Nova. Das in den Weltraum geschleuderte Gas bildet eine Blase auf beiden Seiten der Äquator-Ebene der Scheibe. Ein paar tausend Jahre später beginnt der Zwergstern einen neuen Zyklus von Aggression und Ausbruch. Eine neue Gasblase bildet sich wie eine Sanduhr. Der Zwergstern erzeugt thermonukleare Fusionsreaktionen, wodurch seine Oberfläche 250 Mal heller wird. Dieser Zyklus dauert so lange an, wie der Riesenstern den Zwergstern füttert. Nach diesem Überblick über Doppelsternsysteme wollen wir uns nun Sternsysteme mit mehr als zwei Mitgliedern ansehen. Mehrfachsternsysteme sind Systeme mit mehr als zwei Sternen. Sie können dreifach sein, wenn sie drei Sterne enthalten, vierfach, wenn sie vier enthalten, fünffach, wenn sie fünf enthalten und so weiter. Diese Systeme bleiben kleiner als offene Sternhaufen, die bis zu 1000 Sterne enthalten. Die Modellierung eines Mehrfachsternsystems ist viel komplexer als die eines Doppelsternsystems. Am bekanntesten sind die Dreifachsysteme. Sie sind oft hierarchisch aufgebaut, das heißt, sie enthalten ein paar nahe Sterne, die mit einem weiter entfernten Begleiter verbunden sind. Heute kennen wir Systeme mit bis zu sieben Mitgliedern. Schauen wir uns einmal genauer an, wie diese verschiedenen Systeme aussehen. Die Milchstraße ist von über 200 Milliarden Sternen bevölkert. Von diesen sind nur diejenigen, die sich in der Nähe unseres Sonnensystems befinden, von der Erde aus mit bloßem Auge sichtbar. Der nächstgelegene von ihnen ist Alpha Centauri, ein komplexer Stern, der aus drei Sternen besteht. Er liegt 4,37 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Er wird auch Alpha Centauri genannt und besteht aus Alpha Centauri A, Alpha Centauri B und Alpha Centauri C, besser bekannt als Proxima Centauri. Man nimmt an, dass er auch mindestens einen Planeten hat. Aufgrund seiner Nähe und Zugänglichkeit ist Alpha Centauri ein beliebtes Studienobjekt für Astronomen und eines der am meisten untersuchten Mehrfachsternsysteme. Auf der südlichen Himmelshalbkugel funkelt Alpha Centauri in der Nähe des Kreuz des Südens. Als dritthälster Stern am Himmel nach Sirius und Canopus ist seine Leuchtkraft atemberaubend. Seine beiden Hauptkomponenten bilden einen Doppelstern, der mit einem kleinen Teleskop leicht zu beobachten ist. Der dritte Begleiter ist etwas weniger spektakulär und hat eine Helligkeit von 11. Alpha Centauri A und Alpha Centauri B sind die beiden Hauptsterne. Sie bilden einen Doppelstern, Alpha Centauri AB. Diese Sterne sind ähnlich wie die Sonne. Alpha Centauri A hat die 1,1-fache Masse der Sonne und die 1,519-fache Leuchtkraft der Sonne. Der kühlere und weniger massereiche Alpha Centauri B hat die 0,907-fache Masse der Sonne und die 0,445-fache Leuchtkraft. Der dritte Begleiter, Proxima Centauri, ist ein schwacher, winziger Stern, ein sogenannter roter Zwerg. Er ist nur anderthalbmal so groß wie der Jupiter und leuchtet weit weniger hell als die beiden Begleiter, hält aber den Rekord für die größte Nähe zur Sonne. Er war 32.000 Jahre lang nur 4,24 Lichtjahre von ihr entfernt. Proxima Centauri und Alpha Centauri AB sind rund 13.000 astronomische Einheiten voneinander entfernt, was dem 430-fachen Radius der Neptunbahn entspricht. Alle drei Sterne haben ihre eigene Bewegung auf dem Himmelsgewölbe. Ihre Positionen haben sich im Laufe der Jahrhunderte langsam verändert. Ursprünglich war Alpha Centauri ein Doppelstern. Das Paar Alpha Centauri AB hätte Proxima Centauri übernommen, als es in der Nähe vorbeizog. Proxima Centauri ist daher gravitativ mit beiden Sternen verbunden. HD 188 753 ist ein Sternsystem, das aus den drei Sternen A, B und C besteht und 151 Lichtjahre entfernt im Sternbild Cygnus liegt. Das Besondere an diesem System ist, dass es mindestens einen Exoplaneten beherbergt. HD 188 753 A, B Dies ist der erste Exoplanet, der in einem Drei-Sterne-System entdeckt wurde. Die Komponenten HD 188 753 B und C umkreisen einander in 156 Tagen, während er den dritten Zentralstern, HD 188 753 A, in 25,7 Jahren umkreist, in einem Abstand von 12,3 astronomischen Einheiten. Der Exoplanet HD 188 753 A, B umkreist den Hauptstern. Er ist ein Gasriese, wie der Jupiter, steht aber sehr nah an seinem Stern. HD 131 399 ist ein Drei-Sterne-System im südlichen Sternbild Centauri, etwa 333 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. Das System besteht aus drei Mitgliedern. Der Zentralstern, HD 131399 A, ist ein blauer Stern mit einer scheinbaren Helligkeit von 7,08. Aufgrund seiner geringen Leuchtkraft ist er mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Begleitet wird er von HD 131399 A, B, einem Hintergrundstern, der lange Zeit fälschlicherweise für einen Planeten gehalten wurde. HD 131399 A wird von B und C begleitet. Diese beiden letzteren bilden ein Doppelstern-System. Polaris, auch bekannt als Alpha Urse Minoris, ist der hellste Stern im Sternbild kleiner Wagen. Er ist der Stern, den wir den Nordstern nennen. Es heißt, dass er die Richtung des himmlischen Nordpols ziemlich genau anzeigt. Er wurde traditionell von vielen Zivilisationen für die Navigation genutzt und hat viele traditionelle Namen erhalten. Polaris ist sein traditioneller Name lateinischen Ursprungs. Seine Position stimmt fast mit der Richtung der Erdrotationsachse überein. Die anderen Sterne am Himmel scheinen sich, um ihn zu drehen. Er geht auf der Südhalbkugel nie auf und umgekehrt auf der Nordhalbkugel nie unter. Durch die Präzession der Tag- und Nachtgleichen verändert der Himmels-Nordpol seine Position über hunderte von Jahren. Vor 4800 Jahren war Tuban der Polarstern. Der Stern Vega wird in Zukunft einer werden. Polaris ist ein übergroßer Cepheid-Veränderlicher, Alpha Urse Minoris A, der von zwei kleineren Sternen begleitet wird. Unter ihnen bildet er einen visuellen Doppelstern mit Alpha Urse Minoris B. Sie sind so nah beieinander, dass der Begleiter nur durch seine Anziehungskraft auf Polaris A dank der Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops im Jahr 2006 entdeckt wurde. Nach diesem Überblick über Dreifachsternsysteme wollen wir uns nun mit Vierfachsystemen beschäftigen, die aus vier Mitgliedern bestehen. Vier Centauri, auch bekannt als H-Centauri, ist ein Mehrfachstern im Sternbild Centaurus. Dieses System ist etwa 652 Lichtjahre von der Erde entfernt. Vier Centauri wird als hierarchisches Vierfachsternsystem bezeichnet. Seine beiden Paare sind durch 14 Bogensekunden voneinander getrennt. Vier Centauri A ist die Hauptkomponente. Es handelt sich um einen spektroskopischen Doppelstern, das heißt ein Paar von Objekten, deren Bahnbewegungen durch die Veränderung der Radialgeschwindigkeit einer oder mehrere Komponenten des Systems nachgewiesen werden kann. Sein Begleiter ist dann durch den Dopplereffekt im Spektrum nachweisbar, den er auf seiner Umlaufbahn ausübt. Nur das Licht des Hauptsterns ist im Spektrum sichtbar. Der sichtbare Stern ist ein blau-weißer Unterriese mit einer scheinbaren Helligkeit von 4,72. Vier Centauri B ist die sekundäre Komponente. Es handelt sich ebenfalls um einen einzeiligen, spektroskopischen Doppelstern. Der sichtbare Stern ist ein weißer Hauptreihenstern. Seine scheinbare Helligkeit beträgt 8,53. Andromeda ist ein altes Sternbild auf der Nordhalbkugel, das von dem Astronomen Ptolemäus entdeckt wurde. Andromeda ist von unseren nördlichen Breitengraden aus die meiste Zeit des Jahres sichtbar. Ausgehend vom Pegasus-Viereck liegt Andromeda leicht nordöstlich und ist an den vier Sternen zu erkennen, die auf Perseus ausgerichtet sind. Alpha, Delta, Beta und Gamma. Sie hat die Form eines langen A. Die große Spiralgalaxie M31 ist das charakteristischste Objekt in diesem Sternbild und eines der bekanntesten am Himmel. Sie ist auch als Andromeda-Galaxie bekannt. Von den drei dominierenden Sternen des Sternbildes sind zwei Mehrfachsysteme. Alpha Andromede ist der hellste Stern der Andromeda. Er ist auch als Alpharatz oder Sira bekannt. Auf dem Himmelsgewölbe stellt er den Kopf der Andromeda dar. Gamma Andromede ist ein Vierfachsystem, aber es ist auch möglich, dass auch ein oder zwei weiter entfernte Sterne zu dem System gehören. Er ist auch als Almach oder Saddachbiyah bekannt und liegt am Ende des südlichen Schenkels des Sternbilds A. Es hat kontrastreiche orange- und blaue Farben. Sein Hauptstern mit der Bezeichnung Gamma I Andromeda ist ein orangefarbener Riese, der 80 Mal größer und 2000 Mal heller als die Sonne ist. Mit einer Helligkeit von 2 ist er die hellste Komponente des Systems. Gamma II Andromeda umkreist ihn und ist selbst ein Doppelstern. Gamma II A Andromeda und Gamma II B Andromeda umkreisen einander in 61 Jahren auf einer stark elliptischen Bahn. Beide Sterne sind blau und Gamma II A Andromeda ist selbst ein Doppelstern, der seinen Begleiter in nur 2,7 Tagen umkreist. Mutrakonis ist ein Mehrfachstern im Sternbild Drache. Er liegt etwa 85 Lichtjahre vom Sonnensystem entfernt in der Nähe des Drachenkopfes. Seine scheinbare Helligkeit beträgt 4,92. Mutrakonis ist auch unter seinem traditionellen Namen Alrakis bekannt. Dieses Vierfachsystem besteht aus vier Sternen. Mutrakonis A und Mutrakonis B sind die beiden Hauptsterne. Sie sind sehr ähnliche gelb-weiße Sterne, die eng umeinander kreisen. Ihre scheinbare Helligkeit beträgt 5,6. Sie können unter perfekten Wetterbedingungen mit einem kleinen Teleskop beobachtet werden. Mutrakonis B ist selbst ein spektroskopischer Doppelstern. Mutrakonis C hingegen ist ein roter Zwerg, der etwa 12 Bogensekunden von seinen Begleitern A und B entfernt ist. Nach diesem Überblick über Vierfachsternsysteme wollen wir uns nun mit Fünffachsternsystemen beschäftigen, die aus fünf Mitgliedern bestehen. Sigma do Orion, auch bekannt als Sigma Orionis, ist ein Sternsystem, das aus fünf Sternen besteht und sich im Sternbild Orion befindet, etwa 1150 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. Der Hauptbestandteil ist Sigma Orionis A, B, ein Doppelstern, dessen zwei Mitglieder nur in 0,25 Bogensekunden voneinander entfernt sind. Es handelt sich um relativ junge Zwerge, die nur ein paar Millionen Jahre alt sind. Sigma Orionis A ist ein blauer Stern mit einer Helligkeit von 4,2. Er ist der hellste des Paares. Sigma Orionis B ist ein Stern vom Typ B mit einer Helligkeit von 5,1. Das Paar vollzieht in 170 Jahren eine Umdrehung in einer Entfernung von etwa 90 astronomischen Einheiten. Die beiden Komponenten, A und B, strahlen mit einer Lichtstärke von mindestens 30.000 Sonnenstunden. Sie sind eines der massereichsten Paare von visuellen Doppelsternen. Sie erreichen eine Masse von 18 bzw. 13,5 Sonnenmassen. Sigma Orionis D und E stehen dem A- und B-Paar in Bezug auf ihre Leuchtkraft in nichts nach. Sie sind 4.600 bzw. 15.000 astronomische Einheiten von Sigma Orionis A und B entfernt. Es handelt sich um Zwergsterne, die etwa sieben Sonnenmassen erreichen. Sigma Orionis E wird wegen seines hohen Heliumgehalts als seltsamer Stern bezeichnet. Der letzte Bestandteil dieses Fünffachsystems ist Sigma Orionis C. Er liegt mit rund 3.900 astronomischen Einheiten nahe am A-B-Paar. Er ist ein Zwergstern vom Typ A. Die Bahnen von Sigma Orionis C, D und E sind instabil. Sie können durch die Gravitation beschleunigt und aus dem System ausgestoßen werden, lange bevor sie sterben. Beta Capricorni, auch bekannt unter seinem traditionellen Namen Dabi, ist ein Fünffachsternsystem im Sternbild Steinbock, 328 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es liegt nahe an der Ekliptik, der Ebene, in der die Erde die Sonne umkreist und kann vom Mond, aber auch seltener von den Planeten verdeckt werden. Beta Capricorni ist ein komplexes System. Mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop kann er mit einem Doppelstern verwechselt werden. Die hellste Komponente, Beta Capricorni A, hat eine scheinbare Helligkeit von 3,05. Seine schwächere Komponente, Beta Capricorni B, hat eine scheinbare Helligkeit von 6,09. Beide sind durch mindestens 21.000 astronomische Einheiten voneinander getrennt. Sie vollenden ihre Umlaufbahn in etwa 700.000 Jahren. Diese beiden Hauptkomponenten bestehen ihrerseits aus mehreren Sternen. Die komplexeste Struktur ist die von Beta Capricorni A. Sie besteht aus mindestens drei Komponenten und ihr Spektrum ist schwer zu deuten. Ein Paar von Sternen dominiert. Beta Capricorni A A ist ein blau-weißer Zwerg mit einer scheinbaren Helligkeit von 3,08. Seine Oberflächentemperatur erreicht 4.700 Grad Celsius. Seine Leuchtkraft ist 600 Mal so groß wie die der Sonne und sein Durchmesser 35 Mal so groß wie die der Sonne. Beta Capricorni A B1 hat eine scheinbare Helligkeit von 7,20. Er wird von einem weiteren Gast, Beta Capricorni A B2, begleitet, der ihn mit einer Umlaufzeit von 8,7 Tagen umkreist. Beta Capricorni B ist das einfachste und bekannteste Element. Es enthält große Mengen an Quecksilber und Mangan in seiner Atmosphäre. Beta Capricorni B A ist ein Doppelstern, der aus einem Riesen besteht, der 40 Mal heller als die Sonne ist und eine Helligkeit von 6,1 hat. Der zweite Begleiter, Beta Capricorni B B, ist etwa drei Bogensekunden entfernt. Weitere Objekte, Beta Capricorni D und E, befinden sich in der Nähe von Beta Capricorni, aber es ist derzeit nicht bekannt, ob es sich dabei nur um optische Doppelgänger handelt oder ob sie tatsächlich Teil des Systems sind. Jota Cassiopeia ist ein Mehrfachstern, der aus fünf Sternen besteht und sich im Sternbild Cassiopeia befindet. 133 Lichtjahre von der Erde entfernt. Seine scheinbare Helligkeit beträgt etwa 4,5. Jota Cassiopeia, die Hauptkomponente, ist ein weißer Stern mit einer scheinbaren Helligkeit von 4,61. Er ist selbst ein Doppelstern, dessen zwei Sterne als Jota Cassiopeiaa und Jota Cassiopeiaab bekannt sind. Jota Cassiopeiae b ist ein gelb-weißer Zwerg mit einer scheinbaren Helligkeit von 6,87. Die dritte und letzte Komponente ist Jota Cassiopeiae c, ein enger Doppelstern mit einer Helligkeit von 8,50. Seine beiden Sterne, Jota Cassiopeiae c, a, ein gelber Zwerg, und Jota Cassiopeiae c, b, ein roter Zwerg, sind nur 0,41 Bogensekunden voneinander entfernt. Das Jota Cassiopeiae-Sternsystem ist eines der schönsten. Von seinen fünf Sternen sind nur drei für Amateure zugänglich. Eine hundertfache Vergrößerung reicht aus, um sie zu trennen, obwohl die Beobachtung bei zweihundertfacher Vergrößerung bequemer ist. Jota Cassiopeiae a leuchtet weiß, während Jota Cassiopeiae b blau ist und den letzteren umkreist. Jota Cassiopeiae c schließlich ist ebenfalls blau und bewegt sich langsam. Ein wahres visuelles Spektakel für Astronomiebegeisterte. Xi Urse Majoris, auch bekannt als Alula Australis, ist ein Mehrfachsystem aus fünf Sternen in 27,3 Lichtjahren Entfernung im Sternbild großer Wagen. Xi Urse Majoris a und b sind spektroskopische Doppelsterne. Ihre Hauptsterne, Xi Urse Majoris a a und a b, haben jeweils einen massearmen Begleiter namens Xi Urse Majoris a b, einen roten Zwerg, und Xi Urse Majoris b b, wahrscheinlich einen weißen Zwerg. Die beiden Hauptkomponenten Xi Urse Majoris a a und b a bilden einen visuellen Doppelstern. Sie befinden sich auf der gleichen Hauptreihe wie die Sonne. Xi Urse Majoris a a ist ein gelb-weißer Zwerg, etwa 101 Prozent so groß wie die Sonne und 110 Prozent so hell wie diese. Xi Urse Majoris b a ist ein gelber Zwerg, 78 Prozent so groß wie die Sonne und 67 Prozent so hell wie die Sonne. Zehn astronomische Einheiten trennen diese beiden Komponenten und sie brauchen fast 60 Jahre, um eine Umlaufbahn zu vollenden. Dieses System wird durch ein letztes Objekt, einen braunen Zwerg, bereichert, der 500 Bogensekunden von den anderen entfernt ist. Ceta-Cancry ist ein Mehrfachsternsystem im Sternbild Krebs, etwa 80 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Es besteht aus fünf Sternen. Die Sterne AB umkreisen es mit einer Periode von etwa 60 Jahren. Komponente A hat eine scheinbare Helligkeit von 5,7. Zwei weitere Komponenten, CA und CB, umkreisen A und B in 1115 Jahren in einem Abstand von 197 astronomischen Einheiten. Die Komponente CB besteht wahrscheinlich aus zwei Sternen. Nach diesem Überblick über Fünffachsternsysteme wollen wir uns nun Sechstupelsysteme ansehen, die aus sechs Mitgliedern bestehen. Der Stern Castor, auch bekannt als Alpha Geminorum, befindet sich im Sternbild Zwillinge. Er ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel und nach dem Stern Pollux, der auch als Beta Geminorum bekannt ist, der zweithellste Stern im Sternbild. Er ist 49,8 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Die traditionellen Namen Castor und Pollux wurden diesen beiden himmlischen Zwillingssternen gegeben, daher auch der Name des Sternbilds Gemini, denn Gemini bedeutet auf Lateinisch Zwilling. Castor ist einer der Zwillingssöhne von Zeus und Leda. Castor ist ein Sechstupelsternsystem, das aus drei Paaren von Zwillingssternen besteht. Das erste Paar, Castor A, ist ein spektroskopischer Doppelstern mit Castor AA als Hauptstern und Castor AB als Nebenstern. Das zweite Paar, Castor B, ist ebenfalls ein spektroskopischer Doppelstern. Der Hauptstern ist Castor BA und der Nebenstern Castor BB. Das dritte Paar, Castor C, ist ein BY-Draconis-Veränderlicher. Die beiden Sterne sind Castor CA der Hauptstern und Castor CB der Nebenstern. Im Jahr 2020 wurde ein 18. Sechs-Sterne-System entdeckt. Es ist einer der erstaunlichsten, die wir heute kennen. TIC 168-7898-4-0. Es liegt 1900 Lichtjahre von der Erde entfernt, im Sternbild Eridan. Im Herzen dieses Sechsfachsystems befinden sich zwei Paare von verfinsternden Doppelsternen. Es sind die Paare A und C, die jeweils 4,8 und 4,2 Millionen Kilometer voneinander entfernt sind. Die Sterne in jedem Paar umkreisen ihren Partner im Abstand von wenigen Tagen. Die beiden Paare umkreisen auch ihr gemeinsames Bari-Zentrum. Paar B, 14,9 Millionen Kilometer entfernt, umkreist Paar A, C. In diesem System findet jedes Mal, wenn sich ein Stern vor und dann hinter seinem schwächeren Begleiter bewegt, eine Finsternis statt. Da die Bahnebene der TIC-Sterne 168-7898-4-0 in unserer Sichtlinie liegt, haben wir das große Privileg, von der Erde aus zu beobachten, wie die Sterne ihre Partner verfinstern. Die Primärsterne in diesem Sextopelsystem sind etwas heller und heißer als die Sonne. Die Sekundärsterne sind dunkler und kühler. Die Paare A und C sind durch ihre Nähe miteinander verbunden. Das dritte Paar, das weiter entfernt ist, könnte Planeten haben. Nach diesem Überblick über Sextopel-Sternsysteme wollen wir uns nun die siebenköpfigen Septopel-Systeme ansehen. Bislang wurden nur zwei Siebener-Systeme entdeckt. Nuskorpii, ins Französische übersetzt als Nusdiskorpion, ist ein Siebensternsystem im Sternbild Skorpion. Dieses hierarchische System besteht aus zwei Untersystemen mit vier beziehungsweise drei Mitgliedern. Nuskorpii AB ist das erste Teilsystem und besteht aus vier Sternen. Zwei Sterne befinden sich in der Mitte, Nuskorpii AA und Nuskorpii AB. Ein dritter umkreist dieses Paar, Nuskorpii AC. Nuskorpii B, der vierte und am weitesten entfernte Stern, umkreist dieses Paar. Nuskorpii CD ist das zweite Teilsystem, das aus drei Sternen besteht. Ein Sternenpaar, Nuskorpii D, das aus Nuskorpii DA und DB besteht, umkreist den dritten Stern, Nuskorpii C. AR-Cassiopeia ist das zweite bisher bekannte Septupil-System. Es befindet sich im Sternbild Cassiopeia und besteht aus sieben Sternen. Das Hauptteilsystem, AR-Cassiopeia AB, ist ein Dreifachsystem. Etwas weiter entfernt befinden sich zwei weitere Sterne, AR-Cassiopeia C und D. Ein weiteres Sternpaar, AR-Cassiopeia F und G, befinden sich in der Nähe. Die letzten vier sind eigenständige Begleiter. Obwohl dieser Überblick über Mehrfachsternsysteme bemerkenswert erscheint, stellt er nur eine Handvoll der Systeme dar, die den Kosmos bevölkern. Wir wissen heute, dass sie ein wichtiger Bestandteil unserer eigenen Galaxie und anderer Galaxien im Universum sind. Bei Mehrfachsternsystemen kann es zu komplexen Wechselwirkungen zwischen den Sternen kommen, aus denen sie bestehen. Diese Wechselwirkungen können die Umlaufbahnen der Sterne beeinflussen, Materietransfers zwischen ihnen verursachen und sogar zu Kollisionen oder Sternverschmelzungen führen. Die Gravitationswirkung mehrerer Sterne kann auch die protoplanetaren Scheiben stören, die die Sterne umgeben und die Entstehung und Entwicklung von Planeten in diesen Systemen beeinflussen. Das Vorhandensein von Mehrfachsternsystemen kann Auswirkungen auf das Leben und die Bewohnbarkeit der Planeten haben, die sie umgeben. Die komplexen Umlaufbahnen und gravitativen Wechselwirkungen zwischen den Sternen können zu erheblichen Schwankungen der Umweltbedingungen wie Leuchtkraft, Gezeiten und Gravitationskräfte führen, was sich auf die Stabilität der Planetenbahnen und die Lebensbedingungen auswirken kann. Die Erforschung dieser Mehrfachsternsysteme hilft uns, die Vielfalt und Komplexität der Struktur und Dynamik des Universums besser zu verstehen und damit auch, woher wir kommen. Die Erforschung der Stabilität von luôn